Heute lebt Bastian Melcher, offen homosexuell, mit festem Partner und ohne Schuldgefühle, die die strenge Pfingstgemeinde ihm machte. Suizidgedanken quälten den jungen Mann. Heilung vom Schwulsein suchte er am Ende beim Arzt und der sogenannten Konversionstherapie, Teufelsaustreibung inklusive. Schönen guten Abend zusammen da draußen, liebe Zuschauer. Heute mal wieder hier zusammen mit dem Glaubensbruder, den Josef, der heute hier mit mir ein Video kommentiert. Und zwar geht es um das Thema Homosexualität in Bezug auf, was der Gesundheitsminister angekündigt hat, dass halt der Wunsch geäußert wird, dass Homosexualität nicht mehr sozusagen von den Krankenkassen behandelt werden soll, zum Beispiel bezahlt werden soll, die Behandlungen. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen da draußen im Christentum über dieses Thema. Wie sieht es mit der Homosexualität aus? Wie soll man damit umgehen? Sei es jetzt im Christentum, also jemand ist Christ oder jemand zählt sich zur Welt. Und ich möchte einfach mal, wie gesagt, als Bibellehrer auch Stellung dazu beziehen, wie sich es dort verhält, um da auch mal öffentlich eine Meinung dazu auch kundzutun. Und wir schauen uns einfach mal das Video hier an. Das ist von der ARD, die hat da mal einen Beitrag dazu gemacht. Und wir werden an gewissen Stellen einfach mal stoppen und darüber dann auch sprechen. Heute lebt Bastian Melcher, offen homosexuell, mit festem Partner und ohne Schuldgefühle, die die strenge Pfingstgemeinde ihm machte. Suizidgedanken quälten den jungen Mann. Heilung vom Schwulsein suchte er am Ende beim Arzt und der sogenannten Konversionstherapie, Teufelsaustreibung inklusive. Dann sagte er, dass er gesehen hat, dass ein großer schwarzer Stachel aus meinem Rücken kam. Und das war eben ein ganz großer, böser Dämon, der für die Homosexualität zuständig war. Von seinen Seelenqualen berichtet er auch der Kommission, die der Gesundheitsminister ins Leben gerufen hat. Noch in diesem Jahr will Jens Spahn solche Pseudotherapien verbieten lassen. Unterstützung erhält er von Juristen und Medizinern. Alle relevanten großen medizinischen Fachgesellschaften haben klare Statements dazu abgegeben, dass Homosexualität keine Krankheit oder Störung ist. Damit fehlt aus medizinischer oder psychotherapeutischer Sicht schon die Indikation überhaupt für eine Behandlung. Etwa 1000 solcher Umpolungsversuche gäbe es in Deutschland pro Jahr, schätzt der Vertreter der Magnus Hirschfeld Stiftung. Die Methoden perfide, selbsternannte Fachleute dokterten an Menschen herum, die Schäden für die Psyche immens. Diese Gutachten zeigen, es ist medizinisch geboten, weil sie eben nicht nur nicht nutzen, sondern wie auch dargestellt zu oft schaden. Und es ist auch verfassungsrechtlich möglich, solche Behandlungen gesetzlich zu unterbinden. Anderen sein Schicksal ersparen, Schluss machen mit der Diskriminierung. Dafür will auch Bastian Melcher weiter streiten. Ja, jetzt haben wir mal hier so diesen ersten Kurzbeitrag gehört zu dem Thema, wie wohl, so wie sich das jetzt anhörte, jemand, der, so wie ich das zumindest über ihn weiß, er war mal Christ, ging in eine Kirche, scheinbar in eine Pfingstkirche, hatte homosexuelle Neigungen und war natürlich wahrscheinlich konfrontiert mit dem, was in der Bibel steht. In den Kirchen wird ja oft die Bibel als Grundlage genommen, natürlich als Glauben. Ich bin ja auch ein Christ und glaube an den Inhalt der Bibel als Fundament des Glaubens. Und da wird es ja so dargestellt, dass das von dem Gott, ja, wenn man an ihn glaubt, der zumindest in der Bibel aufgezeigt wird, der hat gesagt, dass das Praktizieren der Homosexualität unter Männern nicht erlaubt sei. Ja, das wird so im Alten Testament als auch im Neuen Testament angemerkt. Und ich kann mir vorstellen, dass der junge Mann auch, ja, sich damit konfrontiert sah, ja, was soll ich denn jetzt so machen? Der Gott in der Bibel sagt, man darf das nicht ausleben. Ich habe aber diese Neigungen, ja, und ging wahrscheinlich dann zu seinem Pastor, zu jemandem dort, der sich damit auskennt und hat sich gefragt, was ist mit mir los? Bin ich, habe ich eine Krankheit? Und der wird ihn dann sicherlich darauf geantwortet haben, wie er darüber denkt. Das sind ja nicht jetzt keine Mediziner oder so, sondern auch Christen, ob sie nun Pastoren sind oder Bibelehrer. Ja, sind ja keine professionellen Leute auf diesem Gebiet, sondern sie geben ja zumeist immer Meinungen wieder, was jetzt die Ursache ist, wo das Problem selber liegt. Ja, und ich frage dich mal einfach mal am Anfang, mal Josef, was denkst du denn, wie, was ist deine Einschätzung? Wie kann es sein, wir reden jetzt mal von einem Mann als Beispiel, der, der, ja, der ist vielleicht so 13 Jahre alt, ne, so kommt so in die Pubertät und stellt auf einmal fest, dass er homosexuelle Gedanken hat, also sozusagen genau das andere Bild. Er entwickelt nicht so die Lust nach dem anderen Geschlecht, was ja in der Pubertät meistens ja passiert, sondern er schaut eher so, ja, so eine Art Verliebtsein gegenüber sein eigenes Geschlecht, also anderen Jungs. Was ist deine Meinung dazu? Wie kommt dieser Zustand deiner Meinung nach zustande? Jetzt biblisch oder säkular oder? Naja, du bist ja, du bist ja selber Christ, einfach jetzt mal aus deinem Verständnis, natürlich, wir gehen, wir durchleuchten ja jetzt dieses Thema aus einem biblischen Standpunkt, also aus einem christlichen, fundamentalen, das heißt, wir nehmen jetzt die Grundlage der Bibel her, die wir als sozusagen Christen auch, wo wir daran glauben, nicht jeder Christ ist ein Fundamentalist, also nicht jeder Christ glaubt an den Inhalt der Bibel oder nimmt das als wörtlich gegeben an, was dort drin steht, aber wir beide zählen ja dazu. Also einfach deine Einschätzung, ja, was denkst du, was könnte die Ursache sein anhand deines christlichen Glaubensbildes? Eine Ursache, ja, eine Generationsflug, Sünde von den Vorfahren und dass er dann in den Zustand kommt, das, ich würde jetzt auf das tippen. Mhm, ja, okay, ja, würde ich, finde ich schon mal, wenn es jetzt in diesem jungen Alter ist, ja, wenn es, was weiß ich, wäre jetzt zehn Jahre älter gewesen, wäre es vielleicht noch eine Perversion vielleicht noch, aber sonst, jetzt in dem jungen Alter würde ich auf das da tippen. Okay, ja, also erstmal generell finde ich gut, du bist jetzt ja kein Bibellehrer, ich bin ja einer und die Antwort hätte mir jetzt in einer Bibelschule auch gefallen, ja, weil es natürlich jetzt auch von meiner Seite aus die Ansätze genau da in die Richtung kommen, ne, die Frage, jemand ist 13 Jahre alt, ist gar nicht mehr, ist gar nicht Herr seiner Sinne so wirklich, ist noch jugendlich, nicht mal richtig mündig, ja, bekommt jetzt aber biblisch gesehen solche, solche, ja, Gefühle und jetzt ist die Ursachenfrage halt da, ne, und du hast jetzt Beispiele gebracht, du hast was von Generationenfluch oder ein Fluch oder ein Generationsfluch, der dahinter stecken könnte, die meisten werden wahrscheinlich damit jetzt nicht so viel anfangen können, aber in der Bibel steht ja drin, dass Gott, die, dass, ich versuche es mal so rüber zu bringen, damit auch der, weil wir werden ja wahrscheinlich auch viele nichtgläubige Menschen oder religiöse Menschen oder Nichtchristen als Zuhörer haben, Zuschauer, es so rüberbringen, damit es auch für jene verständlich ist, in der Bibel steht drin, dass, wenn jemand Missbaut, Großen Missbaut, einen Mord begeht oder irgendwas tut, wo die Bibel eigentlich aufzeigt, Ehebruch zum Beispiel, ja, und, ja, jemand macht das, ob ein Mann oder eine Frau, dann sagt die Bibel, dass diese Vergehen, ja, die sucht Gott heim bis in die vierte Generation dieser Blutlinie, also über Kinder, Enkel und Urenkel, werden diese Vergehen der Verwandtschaft noch heimgesucht, ja, durch unter anderem, du hast den, den, den Namen Fluch gebracht, auch das ist wahrscheinlich nicht so verständlich, was den meisten jetzt nicht religiös ist, was damit gemeint ist, um es da plastisch mal auszudrücken, Gott sagt, wenn ein Mensch etwas Gutes tut, dann wird er gesegnet, bis in die vierte Generation kann ein Segen kommen, also, was weiß ich, Reichtum, Gesundheit, langes Leben, wie man, was man halt in der Lebensvorstellung auch als gut empfindet, das kriegt man dann entlohnt, aber, wenn jemand etwas Böses tut, wie zum Beispiel einen ermordet oder den Ehebruch vollzieht, ja, jemanden beraubt oder, also, es gibt ja viele Vergehen in der Bibel, die aufgezählt werden, sich einfach einmal böse verhält, wir würden sagen, schlecht verhält, wobei jetzt nicht jeder Mensch sagen würde, das ist doch nicht schlecht, aber beim Mord sind wir uns wahrscheinlich alle einig, jemand, der jemanden ermordet, der hat etwas Böses getan, und das wird dann halt aber auch an die nächsten, bis in die nächste vierte Generation heimgesucht, sozusagen, die Schuld wird aufgeteilt, damit nicht einer sie trägt, weil dann würden wir ständig alle nur noch tot umkippen, wie gesagt, wir betrachten das aus einem Standpunkt, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde erschaffen hat und der auch Regeln festgesetzt hat für die Menschen, die hier auf der Erde leben und wie gesagt, wir nehmen jetzt die Bibel als Grundlage dafür und da steht das ja so drin, ja, und so dementsprechend, wenn dem so ist, also wenn man daran glaubt, wir beide glauben ja daran, dann kann das sicherlich eine Ursache sein, ne, dass halt Verirrung der Sinne wird als Fluch ja auch angegeben, es können auch Krankheiten sein, Behinderungen, die bei Kindern auftreten, bei der Geburt oder so, ja, die unter anderem, nicht jede unbedingt, aber unter anderem kann das die Ursache sein, weil die vorigen Generationen etwas Schlimmes getan haben, was sie vielleicht auch nicht ausgeräumt haben aus ihrem Leben, ja, ähm, was weiß ich, ne, wie gesagt, da war der Ur-Opa vielleicht ein Mörder und man weiß es gar nicht, ne, man ist da der Urenkel und sagt immer zu seinem Urgroßvater, ach, der ist doch, ach, der hat nie was Böses getan, aber letztendlich kennen wir unsere Urgroßväter ja gar nichts persönlich, äh, kennen ihr Leben und was sie gelebt haben und jetzt würde man im besten Fall, wenn man das jetzt aus einem atheistischen oder agnostischen Standpunkt, äh, beäugen würde, würde man sagen, dass es ungerecht ist, das ist doch unfair, wieso muss jetzt da jemand drunter leiden äh, oder es ausbaden, obwohl er selber daran ja gar nicht schuld ist. Ich denke, das kann man auch nur verstehen, wenn man die Bibel in der Gänze mal gelesen hat und sich damit näher befasst hat, warum das in diesem Konzept dort drin verankert ist, dass Gott, wie gesagt, die Schuld heimsucht an vier Generationen und nicht nur an einer Generation. Wie gesagt, das hat den Vorteil, viele Teile, die Strafe teilt sich auf, so entstehen kleinere Lasten, die zu tragen sind, als dass jeder gleich tot umkippt, wenn er etwas Böses tut. Das wäre nämlich die Schlussfolgerung, wenn es nicht so wäre. Ja, und, äh, dementsprechend, ja, klar, aus dieser Herleitung zu sagen, da hat jemand in der Vergangenheit missgebaut und deswegen, unter anderem, ich mache mal zwei Beispiele, ein Kind ist drei, äh, ist von mir fünf Jahre alt und stirbt an Krebs. Das gibt's. Das ist genau die gleiche Ursache. Das ist genau die gleiche Ursache, laut der Bibel, dass in den, in den Vorfahren, da hat irgendwas nicht so ganz gestimmt. Unter Mutter, Vater, Oma, Opa, mütterlicher, väterlicherseits, Urgroßvater, Urgroßmutter, da gab's so irgendwie ein Riesenproblem. Ähm, die, 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 die zweite Möglichkeit wäre ein, zum Beispiel ein, ein Kind, das ohne Arm und Beine auf die Welt kommt, ja, oder ohne Augen, oder was weiß ich, nehmen wir jetzt mal ohne Arm und ohne Beine, das ist ein Extrembeispiel, ja, auch die gleiche Ursache, ja. Und dementsprechend kann, jetzt kommen wir aber nur zu einem Kann, weil du hast es ja angesprochen, dass jemand, der als Kind so aufwächst, dass er halt, ja, die homosexuellen Neigungen hat, ob nur Mann oder Frau, wir bleiben jetzt mal nur beim Mann, ja, kann das genau die gleiche Ursache haben, zumindest aus Sicht der Bibel, stimme ich dir vollkommen zu. Der andere Punkt, den du genannt hast, ist der Fluch, ne, dass ein Fluch im Spiel ist. Was ist ein Fluch an sich? Der wäre, dass irgendjemand, ja, ich nenne mal ein Beispiel, du bist elf Jahre alt, ja, und, ja, gerätst an falsche Leute in den Jugendkreisen und darunter ist irgendeiner, der religiös ist. Ob er jetzt zum Beispiel, ist völlig egal, welche Religion er anhängt, ob er jetzt ein, ein Esoteriker ist oder ein Wahrsager oder ein Christ oder ein Jude oder ein Moslem oder ein Hinduist, das spielt alles keine Rolle, aber wenn er an einer Religion anteilig ist, dieser Mensch, der an Geister glaubt und an Segen und Fluch, daran glauben ja, wie gesagt, viele Religionen da draußen, und, was weiß ich, du bist elf Jahre und hast diesen Jungen ganz schwer beleidigt, ja, und der sagt, das gehe ich jetzt meiner Mama sagen, ja, und also dem Vater, und der Vater ist vielleicht jetzt in dem Bereich religiös aktiv, ja, und glaubt an sowas wie Segen und Fluch, dann kann der jetzt einen Fluch gegenüber den anderen aussprechen, werden wir vielleicht jetzt nicht gleich in dem Fall, aber man stellt sich mal vor, du bist elf Jahre alt und schlägst jemanden, Kinder spielen und haben auch noch miteinander Ärger, und da entsteht eine Verletzung, ja, und der Vater ist so aufgebracht, weil es ein Makel an seinem Sohn entstanden ist, der hat vielleicht eine große Narbe jetzt am Kopf oder im Gesicht, wo man das sieht, wegen einem Unfall, würden wir heute sagen, oder halt kleine Kinder, die miteinander zu viel Streit hatten, wo es denn zu einem Unfall kam, und in dieser Situation spricht er einen Fluch aus, so eine Art, möge dem anderen Kind das gleiche geschehen wie meinem Sohn, also es soll auch an ihn etwas geschehen, was ihm auch stört. Mein Sohn hat eine Narbe im Gesicht sein Leben lang, das wird einem als Makel wohl angerechnet, er möchte, dass der andere auch jetzt etwas bekommt, ja, wo er auch darunter zu leiden hat sein Leben lang, und das ist nur ein Beispiel jetzt, ja, was wir auch in der Bibel in ähnlicher Weise vorfinden, weil die Bibel zeigt auf, dass ein Fluch nur eintritt, wenn er berechtigt ist. Also es braucht dafür eine Grundlage. Jetzt habe ich ja deswegen so ein extremes Beispiel genannt, da hat jemand den anderen da eine schwere Verletzung, auch wenn es aus Versehen war, das spielt keine Rolle, zugeführt, es gab keinen so wirklichen Ausgleich, oder der Familienvater wollte keinen Ausgleich, eine Entschädigung dafür haben, sondern hatte für sich entschieden spontan, nein, wir nehmen kein Geld oder keinen Schadensersatz, wir regeln das in unserer Religion so, dass wir halt Gleiches mit Gleichem vergelten, und dementsprechend wir an Karma oder sonst was in diese Richtung glauben, und der denn da halt sagt, ich habe mich darum schon gekümmert, wir wollen keine Entschädigung, und der sagt jetzt natürlich nicht, ich habe einen Fluch ausgesprochen, aber kann er ja gemacht haben, weil er religiös an sowas glaubt, und der andere Elfjährige, der weiß nicht, was mit ihm geschieht, und auf einmal, bumm, was ist passiert laut der Bibel, der Flüche ausspricht, die müssen gewährt werden, dass das überhaupt legitim ist, darum kümmert sich der Gott dieser Erde, aber es gibt ja auch noch den Gegenspieler, der da in Rebellion gegenüber Gott ist, das ist der Teufel oder der Satan, da wird in der Bibel so beschrieben, und der kriegt die Macht, jetzt da auch zu wirken, ein böser Geist wird dann aktiv, unter den Engeln, unter der geistigen Welt, da muss man natürlich auch glauben, ein Atheist und wahrscheinlich ein Agnostiker wird nicht an Geister oder Engel glauben, aber wer die Bibel gelesen hat, der wird sehen, dass da auch in der geistigen Welt was los ist, dass es da auch noch Wesen gibt, die nicht sichtbar sind für Menschen im Normalfall, und die werden dann aktiv, und die lösen dann in einem Menschen, wie einem elfjährigen Jungen zum Beispiel, dann aus, dass er homosexuell dann ist und wird, also dass er den nicht den natürlichen Weg gehen soll, dass diese Veranlagung dann in ihn hineinkommt, hineinkommt durch einen Geist, ja, und das würde man denn als Konsequenz betiteln, wenn ein Fluch im Spiel ist, so wie du es gerade selber sagtest, wenn ich jetzt spontan Josef selber überlege, würde mir gar nicht noch ein anderer Grund einfallen, was sonst das hätte auslösen können, ja, außer das, wobei darüber würde man streiten können, was ist, wenn der Elfjährige selber etwas Verbotenes getan hat, was schwer kriminell ist, wo er vielleicht auch in seinem Leichtsinn, da jetzt auch nicht stark in die Verantwortung vielleicht gezogen werden könnte, weil er noch so jung ist, und das dann als Resultat, als sozusagen, ja, jetzt seh mal zu, wie den Schaden, den du angerichtet hast, ich nehme auch hier ein Beispiel, ja, du hast in deinen Jugendlichen Leichtsinn, hast du mit Feuer gespielt, draußen mit deinen Freunden und hast einen Wald angezündet, und während dieses Waldbrandes starben viele Tiere, vielleicht auch Menschen, aber du hast nie jemandem davon etwas erzählt, weder deinen Eltern, weil du wahrscheinlich Angst hattest, du kriegst da großen Ärger, vielleicht hast du es selbst nicht mehr mitbekommen, weil mit elf Jahren guckst du kein Fernsehen und es hat sich nicht rumgesprochen, sodass es wieder zurück in deinen Ohren kam, was das angerichtet hat, ja, und das dann von Gott so gesühnt wird, da deine Dummheit, die du damals gemacht hast, du hast viele Leben dadurch, unnützerweise, ja, sind umgekommen, ob nun Tiere oder Menschen, als Beispiel, jetzt wirst du auch leiden müssen, dein Leben lang das Leid, was du angerichtet hast, auch sowas wäre eine Möglichkeit, dass man sich das selbst zugezogen hat, wegen einem dummen Fehler, der aber Konsequenzen hat in dieser Welt, weil andere darunter leiden mussten, und das dann auch von Gott so gebracht wird, dass du denn dieses Leid dann halt durchtragen musst, vorerst, das ist das, was mir noch einfallen würde, ja Josef, jetzt gebe ich dir mal das Wort, falls du dazu auch noch mal was sagen möchtest. Ja, du hast es ausführlich erklärt, ja, ich habe da jetzt nichts zum hinzufügen, also ich würde es von den zwei Sachen ausgehen, obwohl ich mehr, vielleicht mehr das auf Generationsfluch gewichten würde, das ist mir wahrscheinlicher, das wahrscheinlichsten. Ja, finde ich gut, wie gesagt, deine Antwort hat mir gefallen, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, und das waren genau die richtigen Antworten, ich als Bibellehrer, die ich auch erwarten würde, und ich würde dir vollkommen zustimmen, dass natürlich das mit dem Generationenfluch, aus Sicht der Bibel, ja, wir machen mal folgendes, damit auch die Zuschauer sehen können, dass das jetzt auch nicht so aus den Fingern herausgesogen wird, von gewissen Leuten, die meinen, sie sind Christen, sondern wir gucken selbst in das Fundament rein, der Bibel, und schauen uns da mal eine, eine Stelle dazu an, ja, und so wird der Gott Israels, so wird der genannt, der Gott Abrahams, Isak und Jakobs, ja auch, ja, vorgestellt, vorgestellt, so, nehmen wir mal hier, vierte Buch, Mose 14, Vers 18, da heißt es, der Herr, damit ist Gott gemeint, der Herr ist langsam zum Zorn, und groß an Gnade, er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied, also bis in die vierte Generation, ja, und, also über längere Zeiträume, also, wie gesagt, das ist jetzt nicht weit hergeholt, und vielleicht mal für die Zuschauer, die, wie gesagt, jetzt das Thema nicht so, die kennen vielleicht jetzt Christen, ja, und Jesus, davon haben sie vielleicht schon mal gehört, aber, die Frage kommt ja oft aus, stimmt das wirklich, dass in der Bibel steht, das Homosexuelle, das Ausleben zumindest, zumindest nicht das Sein, das homosexuelle Sein, das ist nicht das Problem, sondern das Ausleben, also, was sagt die Bibel dazu, und da haben wir einmal, im Alten Testament, im sogenannten, zumindest Alten Testament, gibt es ja dazu eine Stelle, und zwar, dritte Buch Mose 18, 22, das wird schon in die Richtung gehen, ja, du hast das jetzt wahrscheinlich schon bei dir, ja, hier, ja, so, im dritten Buch Mose 18, da werden sozusagen die Unzuchtgesetze besprochen, ja, die Unzucht, Sünden steht hier als Überschrift, in der Schlachter 2000, das ist eine sehr, eine Bibelübersetzung für, ich sag mal, für Christen, die die Bibel wortwörtlich, also wortwörtlich nachgehen wollen, was steht da eigentlich im Urtext drin, und nicht so eine Interpretation des Textes, der da steht, den man auch nach links und nach rechts drehen kann, das ist sehr wortgetreu, würde man sagen, aus der Ursprache, im Alten Testament wäre das Hebräisch, hier ins Deutsch übersetzt worden, vielleicht nicht perfekt, aber so wie es jetzt hier steht, ist es vollkommen in Ordnung, da gibt es, äh, diesen Part, ja, in dem dritten Buch Mose 18, 22, du hast es erwähnt, da wird erwähnt, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel, ja, und das ist ja, wie gesagt, nicht das Einzige, sondern wir können uns auch noch Vers 23 angucken, damit würden die meisten auch unter den Nichtchristen sich identifizieren, wenn schon nicht mit Vers 22, denn aber mit Vers 23, auch sollst du bei keinem Vieh liegen, dass du dich mit ihm verunreinigst, und keine Frau soll sich vor ein Vieh stellen, um sich mit ihm einzulassen, es ist eine schändliche Befleckung. Also es sind so Grenzen, die der Gott, der der Bibel, also der in der Bibel zu finden ist, an die die Christen zumindest meinen zu glauben, ich will nicht sagen, dass alle Christen an diesen, diesen Gott überhaupt kennen, der in der Bibel vorgestellt wird, ich würde erst mal sagen, die meisten Christen machen sich in einen Gott im Kopf, und glauben vielleicht sogar noch, dass der Gott des Alten Testamentes der Satan ist, auch so eine, so eine Christen habe ich kennengelernt, ja, also es gibt da solche und solche, und natürlich die nur die sogenannten Fundamentalisten, das sind jene, die sagen, wir glauben natürlich, dass der Gott des Alten Testamentes, der gleiche Gott des Neuen Testamentes, und an den glauben wir, an den beten wir an, ja, und er hat halt diese Gesetze hier festgesetzt, dass man die Zophilie, würden wir heute wahrscheinlich gesellschaftlich dazu sagen, nicht ausüben dürfen, also ein Mann und eine Frau dürfen nicht Sex mit Tieren haben, aber auch, wo uns jetzt hier näher es ankommt, wurde dem Mann verboten, nicht bei einem Mann zu liegen, wie man bei einer Frau liegt, also damit ist jetzt auch der sexuelle Verkehr, gemeint, und nicht, dass zwei Männer nebeneinander liegen, von mir ist auch in einem Bett, und sich das Bett teilen, aber jetzt, wie gesagt, die sind dabei jetzt nicht nackt, oder so, oder haben jetzt einen sexuellen Verkehr miteinander, das ist, wie gesagt, hier aber mit gemeint, worum es geht, es ist halt Gott ein Gräuel, und jetzt gibt es natürlich auch noch einige, die sagen, oder meinen, ja, das war ja nur im Alten Testament, so im Neuen Testament, wird das Thema ja nicht so wirklich behandelt, da würde ich sagen, also ich als Bibellehrer, würde klar sagen, dem ist natürlich nicht so, ja, im Römerbrief, das ist jetzt Neues Testament, da wird auch auf dieses Thema eingegangen, ja, und zwar lesen wir darüber, wir machen einfach mal, Römer Kapitel 1, Vers 21, ja, oder machen wir es ab Vers 18, ich werde es auch ein bisschen schneller vorlesen, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit, das ist halt so eine Androhung, die auch sich in der Zukunft auch erfüllen wird, garantiert, aber wir wollen jetzt darüber jetzt ja nicht ins Detail gehen, die, die interessiert sind, können ja sich da mit mir persönlich auseinandersetzen, die WhatsApp-Telefonnummer oder Telegram-Nummer ist ja eingeblendet, könnt mir gerne Sprachnachrichten schicken, wenn ihr vielleicht Fragen habt, interessiert seid über das eine oder andere, könnt ihr das jederzeit machen. Ja, alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit aufhalten, also sie glauben, dass die Ungerechtigkeiten gut sind, ja, aber wenn sie Gott, ein Gräuel sind, und die Menschen es aber als normal und gut betiteln, und es wirklich einen Gott gibt, und wenn es den Gott gibt, der in der Bibel präsentiert wird, ich glaube daran, wie die meisten Christen es ja tun, dann wird er eines Tages aufräumen, ja, dass die Menschen auf der Erde das machen, was Gott sagt, und nicht, was die Menschen für richtig oder falsch halten. Jetzt ist es noch so, ja, aber darüber werden wir auch noch im Laufe der Sendung sprechen, in den Bezug, wie ist das jetzt eigentlich, wenn jemand Christ ist, oder wie ist das eigentlich jetzt jemand, der kein Christ ist, aber homosexuell, weil das sollte man auf jeden Fall unterscheiden. Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, also man könnte zum Beispiel an der Schöpfung sehen, an der Natur, dass das eigentlich nur jemand gemacht haben kann, als dass das alles aus Zufall entstanden ist, über lange Zeit. Also zu dieser Erkenntnis sagt die Bibel, muss eigentlich jeder Mensch selber kommen, wenn er sich die Natur, die Menschen, die Tiere, alles anguckt, dann muss in ihm doch eher der Gedanke aufkommen, könnte nicht das eher ein Gott gemacht, also eine Intelligenz, eine mächtige Intelligenz gemacht haben, als dass das hier eine Art Zufallsprodukt ist. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also das ist das, was ich ja gerade ansprach, ja, wenn man wirklich dem Menschen mal fragen würde, du, lass mal wirklich neutral darüber reden, schau die Natur an, schau dir jedes einzige lebendige Wesen an, in Zellen aufbauend alles, wie der Mensch lebt und wie einfach alles in der Natur sich vorfindet, ob Tier, Mensch oder Pflanze, ja, und stell dir mal eine Frage, wäre es nicht möglich, dass es auch jemand erschaffen haben könnte, theoretisch erstmal nur, ist ja nur eine Theoriefrage, ja, und, wenn jemand sagt, vielleicht, ja, dann wäre ja in die Richtung ein Agnostiker, der sagt, vielleicht gibt es ja einen Gott, keine Ahnung, ja, wenn es ihn gibt, dann wird er das ja alles hier gemacht hat und wenn es ihn nicht gibt, dann ist das alles durch Zufall entstanden, ne, also so, die beiden Entscheidungen kann man ja letztendlich dort nur miteinander treffen und Gott sagt aber, sie haben keine Entschuldigung, weil hätten sie abgewogen nach den Möglichkeiten, was eher wahrscheinlich ist, dann hätten sie dahinter kommen müssen, dass doch eine höhere Macht dahinter steckt, die die Menschen nicht sehen können, unsichtbares Wesen wird es ja auch genannt und der Mensch hätte durch sein Nachdenken selber dahinter kommen müssen, über sein Leben natürlich, seine 80 Jahre, im jungen Jahren wahrscheinlich sieht man das noch nicht, aber wenn man in seine mittleren Alter kommt, 30, 40 Jahre alt, spätestens dann sollte man, wenn man ein vernünftbegabter Mensch ist, ja, sollte man sich diese Fragen stellen können und suchen können nach Antworten in diesem Gebiet, die meisten tun das ja dann vielleicht auch mit diesen Lebenskrisen oder das Nachdenken über das Leben, woher komme ich, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens, in solchen Situationen, sollte man sich genau solche Fragen stellen, Vers 21, Das ist eine Situation, in der Welt nicht mehr so bildhaft dargestellt wird, also hier wird der sogenannte Götzendienst dargestellt, dass Menschen irgendwelche Naturbäume, Pflanzen, Steine anbeten, die Sonne, die Himmelskörper, irgendwelche Statuen, ja, und die verehren, das war ja eine lange Zeit, über Jahrtausende so gewesen, heute ist es jedoch eher so, dass die Menschen eher atheistisch geprägt sind, also, oder generell sagen, ach Gott, wir beten weder einen an, noch glauben wir an einen, oder keine Ahnung, ob es einen gibt, und wenn wir natürlich sagen, keine Ahnung, ob es einen gibt, dann gibt es ja keinen Grund, auch diesen Gott, keine Ahnung, ob es ihn gibt, zu danken, für was weiß ich, für das tägliche Brot, was er einem durch seine Erhalt der Erde und dann eingreifen und wirken hier, uns täglich auf dem Teller gibt, mal so als Beispiel, dann gibt es natürlich dafür keinen Grund, aber nur, weil jemand in die atheistische Richtung geht, oder in die agnostische Richtung geht, ist es trotzdem das gleiche Ergebnis, ja, ob man nun Götzen verehrt und sich seine eigenen Gesetze macht, oder an gar keinen Gott glaubt und seine eigenen Gesetze gemacht, damit sind beide Gruppen hier angesprochen, und Gott sagt hier, naja, dann sollen sie mal machen, ihre Vögel und ihre Abbilder anbeten, ja, wenn sie sich mit mir nicht auseinandersetzen wollen und sollen doch machen, was die dort glauben, in diesen Religionen, wo damals sowas präsentiert wurde, und wenn es dort Regeln gibt, die zuwider der Bibel sind, dann geht halt hier, der Römerbrief auch genau darauf ein, ne, hier Vers 24, wie geht Gott damit um, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, also in diesem Ausgang, ja, der macht doch, was er wollt, aber nimmt die Konsequenzen dann aber auch bitte im Kauf, ja, hier wird genannt, dass die Leiber sich untereinander entehren, das ist heute auch nur noch wenigen, irgendwas wert, Ehre, ja, zumindest in der westlichen Welt, werden diese Dinge nicht mehr so hoch gehalten, vielleicht noch in dem Nahen Osten zum Beispiel, ja, oder in religiösen Bereichen, da ist Ehre noch etwas wert, aber wie gesagt, heutzutage, unter agnostischen, atheistischen Gesellschaften, spielt das nur noch eine untergeordnete Rolle, aber es ist die Konsequenz, die darunter geschieht. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpfehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, also hier geht es jetzt wieder um den Götzendiener, also der religiös ist, aber falsche Götter anbetet, ja, und nicht den Atheisten natürlich, den müssten wir jetzt mal hier raussehen, ja, also nicht anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit, Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. So, den Rest gehen wir jetzt hier, jetzt nicht genauer erstmal ein, das geht mir erstmal nur darum, dass man auch hier sieht, ah, okay, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird aus göttlicher Sicht ist so dargestellt, dass das Ausleben, nicht das Sein, sondern das Ausleben der Homosexualität unter Männern, hier wird natürlich auch noch die Frau angesprochen, ja, ein Problem darstellt. Ja, und natürlich ist das ja auch der Grund, warum jetzt in dem Bereich Fundamentalisten, also Christen, die die Bibel als Fundament wörtlich nehmen, also die wirklich sagen, ja, das hat hier der Paulus im Römerbrief geschrieben und die Bibel sagt ja auch, dass alles von Gott durch Menschen aufgeschrieben wurde, das steht in anderer Stelle in der Bibel und dementsprechend glauben das natürlich viele Christen, nicht alle, aber viele, solch wie die, die katholische Kirche und die evangelische Landeskirche, die glaubt nicht daran, ja, die glauben nicht an die, an die Bibel in dem Inhalt, sondern sagen, ja, da gibt es ein paar Sachen, die sind sicherlich vielleicht wirklich gut, aber gewisse Sachen, ne, das glauben wir nicht, das ist von Menschen einfach hinzugedichtet worden, ja, das müssen wir nicht so ernst nehmen, was da steht, so gehen zumindest die Masse der Christen mit den Inhalten der Bibel um, aber die sogenannten Freikirchen zu Mainz, die, da gibt es die meisten Fundamentalisten, die sagen, nee, doch, wir glauben es so, wie es hier steht und dementsprechend wollen wir uns auch daran halten, was hier steht, dass zum Beispiel, wir lieber denn doch nicht diese Dinge ausleben sollen, selbst, wenn wir diese Neigung darin selber haben. Ja, Josef, da würde ich dich mal fragen, selbst, wie du denn selber dazu stehst, womit ich muss mal kurz was probieren. Ja. Okay, das Video ist nicht gleich wieder weitergelaufen, weil es geht ja noch ein Stück. Ja, wie, wie stehst du zu dem Thema selbst jetzt? Ich denke mal gut, jetzt habe ich ja die Bibelstelle noch vorgelesen, was ist so, was ist so deine, deine, ja, vielleicht hast du ja was zu ergänzen oder so zum Thema, wie geht die Bibel mit der Homosexualität jetzt unter Männern um, erstmal im Allgemeinen, ohne dass wir jetzt über Christen oder Nichtchristen sprechen. Also ich habe da noch ein Vers zum Hinzufügen, und zwar 1. Korinther 6, 9. Ja. Ja, wenn du willst, kannst du vorlesen. Also hast du den gerade nicht parat? Auf Englisch, Moment, ich stelle es kurz auf Deutsch um. Das reicht aus, wenn du den vorliest, also die Zuschauer können ja selber die Homepage, wurde ja eingeblendet, wo man selber mal in der Bibel gucken kann. Da können sie sich ja selbst die Textstelle raussuchen. Es gibt natürlich viele Bibelstellen, die dieses Thema auch noch beäugen. Du kannst jetzt gerne noch eine bringen, aber ich würde jetzt auch nicht alle, über alle reden, aber kannst du ja natürlich, wie gesagt, noch einen bringen, wenn du sie hast. Also 1. Korinther 6, 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unsüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder und die zwei, also die zwei Wörter, wenn du das dann nochmal, es gibt auch andere Übersetzungen. Also im Englischen kommt es nochmal deutlicher vor, was damit gemeint ist, dass auch Homosexualität gemeint ist. Ja, das stimmt, dass dort der Aspekt angesprochen wird, wobei, na gut, es ist halt erstmal generell neutral, also die Frage, geht es jetzt hier an Christen oder an Nichtchristen, ist das geschrieben, in Bezug, wie Gott sie denn richten wird, eines Tages für ihr Verhalten. Also wir wollen jetzt hier niemanden verurteilen. Es geht ja jetzt an Christen, jetzt im Korintherbrief. Könnte man ja erstmal annehmen. Und da wird zwar ein Unterschied gemacht, das greifen oft ja auch homosexuelle Christen auf, die es ausleben, die aber auch an Gott der Bibel glauben, dass oftmals der Bezug genommen wird, ja, es wird denen gescholten, die mit Gewalt andere sexuell, homosexuell halt das antun. Ja, aber hier kommt das Wort halt auf, bei dir wird es mit Lustknabe übersetzt. Es ist halt so, dass im Altgriechischen dort, du sagst es selbst, in anderen Übersetzungen könnte es besser rüberkommen. Die Bibel beschreibt dort an der Stelle, es geht um einen Mann, der gerne den Frauenpart einnimmt, in einer homosexuellen Beziehung. Also er stellt sich zur Verfügung, die Frau zu spielen beim sexuellen Verkehr, also den Standard sexuellen Verkehr. Jeder wahrscheinlich weiß, was ich damit sagen will. Und der andere, der da erwähnt ist, ist denn der, der den männlichen Part übernehmen möchte, beim sexuellen Verkehr, so wie der Standardverkehr zumindest ausgeführt wird, nicht über alle Sexualpraktiken, die es da sonst noch so gibt. Das ist aber zumindest das, was die Stelle dort darlegt. Also sowohl der eine, der halt den sexuellen Praktiken nachgeht, die Frau nachstellt in dem Part des Standardverkehrs und der andere ist halt angesprochen, der gerne den männlichen Part übernimmt und aber jetzt keiner Frau sexuellen Verkehr haben will, sondern anstelle einer Frau jetzt sich befriedigen möchte an einem Mann, der den Frauenpart dann übernimmt. Ja, das ist zumindest das, was die Bibel da aufzeigt. Jetzt wollen wir gar nicht groß, nur weitere Bibelferse da darüber, darüber, ja, uns anschauen. Das ist so erstmal der Standard. Wir gucken jetzt mal das Video weiter. Ja, und dann mache ich auch mal wieder Pause. Etwa 1.000 solcher Umpolungsversuche gäbe es in Deutschland pro Jahr, schätzt der Vertreter der Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Die Methoden perfide, selbsternannte Fachleute dokterten an Menschen herum, die Schäden für die Psyche immens. Diese Gutachten zeigen, es ist medizinisch geboten, weil sie eben nicht nur nicht nutzen, sondern wie auch dargestellt, zu oft schaden. Und es ist auch verfassungsrechtlich möglich, solche Behandlungen gesetzlich zu unterbinden. Ja, hatten wir jetzt zwar schon gesehen, aber es ist gut, dass es nochmal wiederholt wird, weil es in der Partage mit vorkommt. Hier wird es ja kritisiert, dass es jetzt Angebote gibt, ob nun aus christlicher Seite, aus anderen religiösen Hintergründen, ja, meist oft esoterisch, oder halt in anderen Religionen, wie zum Beispiel im Islam, da würde man auch sagen, wir schicken da mal jemanden von uns, der sich um das Problem kümmert, und versuchen das so abzuheilen, diese Situation, dass da jemand unter den eigenen Leuten zumindest diese Neigungen zeigen, und dann da handeln zu müssen. Ja, also meine Vorstellung wäre, wie gesagt, der junge Mann, als er noch früher wahrscheinlich durch die Eltern, wahrscheinlich war er so erzogen wurde, die Eltern gingen wahrscheinlich in eine Freikirche, er ist da aufgewachsen, wurde christlich erzogen, hat aber diese Neigungen bekommen, und ist dann in die Kirche, und irgendwann hat er sich gefragt, bin ich eigentlich noch normal, und hier hat sich da irgendjemand anvertraut, ob es seine Eltern waren, oder in dem Fall jetzt jemand dort in der Kirche, und hat darüber berichtet, und die, wie gesagt, die in der Kirche sind dort, die Priester, Pastoren, wie man es nennen möchte, die Ältesten, ja, haben sich dieser Sache angenommen, und da ist es nochmal so, im Christentum gibt es keine einheitlichen Meinungen dazu, sondern unterschiedliche Ansichten, ich zähle mal ein paar auf, zum einen gehen einige Christen da einfach davon aus, ne, das ist ja nicht normal, und wir müssen das, und die Frage ist, was können wir tun, und wir gehen alle Möglichkeiten durch, der eine würde sagen, vielleicht ist der junge Mann ja dämonisch besessen, ja, er hat irgendwie einen unreinen Geist in sich drin, jetzt, als Beispiel, ob die jetzt glauben, dass das wegen einem Fluch ist, oder weil man Regeln nicht eingehalten hat, oder über die Generation, das dann hergeht, das kann ganz unterschiedlich sein, das liegt oftmals an Mangel, an Wissen dieser Leute, also ich habe sehr viele Pastoren, und Priester kennengelernt in Kirchen, die haben überhaupt gar keine Ahnung von der Bibel, stehen aber da vorne, und reden oft auch Unsinn, in Bezug, was die Bibel angeblich sagt, und kommen dann da zu komischen Rückschlüssen, und fangen dann halt an, ihre eigenen Gedanken einfach wiederzugeben, und zu sagen, ja, du bist dämonisch besessen, du hast einen unreinen Geist in dir, und den müssen wir einfach wieder austreiben, und dann bist du wieder normal, ne, so könnte eine Reaktion sein, eine andere Reaktion könnte sein, ja, du bist halt, du hast eine Krankheit bekommen, ja, also irgendwas stimmt in deinem Kopf vielleicht nicht, und wir müssen das für dich wegbeten, ne, also dass man da nicht im Bereich des Exorzismus geht, also einer Geisteraustreibung, dass man halt glaubt, es sind die bösen Geister jetzt am Werk, die es ja gibt, aus Sicht der Bibel jetzt mal, wir betrachten das ja wieder aus, aus biblischer Sicht, ähm, hier würde man aber auch die Vermutung einfach aufstellen, es kann, es hat nichts mit einem unreinen Geist zu tun, sondern der junge Mann hat einfach, der tickt nicht richtig im Kopf, das wird, wir sagen, auch mit dem Flucht begründet wohl werden, dass dann da halt nicht die besten Gene mitgegeben wurden, von den Vorfahren, man würde jetzt nicht unbedingt wegen der Sünde der Vorfahren vielleicht, vielleicht drauf eingehen, sondern es ist halt einfach so, ja, Zufall, der eine kommt gesund, der andere kommt krank auf die Welt, aber die Bibel sagt nicht, dass es Zufall ist, wie der ein oder andere auf die Welt kommt, oder sich entwickelt, auch in Jugendjahren, und, ja, meint dann ja, das müssen wir wegbeten, ne, weil die Bibel sagt ja auch auf, ein Christ, und wenn, wenn jemand an Jesus glaubt, äh, also dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der Erlöser, der, 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 der Schöpfung sozusagen, der Menschen hier auf Erden, ähm, dann könnt ihr auch auf Kranke, also in den, in ihren Augen ist es dann halt eine Krankheit, eine körperliche Krankheit, dass die Synapsen im Kopf nicht richtig gepulst sind, so sage ich es jetzt mal einfach plastisch, jetzt wegen den Zuhörern, und das müssen wir jetzt gesund beten, ne, und dann kommen sie, und da heißt ja eine Bibel, und wenn, denen die sie die Hände auflegen, denen wird es besser werden, ne, und dann kommen dann der Pastor, der Priester, oder bestimmte Leute aus der Kirche, die, versammeln sich dann mit den jungen Mannen, und dann legen die da die Hände auf, und beten, dass der jetzt wieder gesund wird, ne, und hoffen, dass das klappt, oder sprechen da Gesundheit aus, und jetzt musst du gesund sein, so, und ich kann mir gut vorstellen, das sind die beiden Methoden, die da angewendet werden zumeist, dass der betroffene junge Mensch, unter solchen Situationen, hier wurde es ja beschrieben, dass es auch Schäden anrichten kann, vor allem dann, wenn das gar nicht hilft, ja, da wird dann der Geist da ausgetrieben, das macht vielleicht auch noch einen jungen Menschen, noch eher Angst, ja, und irgendwie Heilungsversprechen, oder hier und da gemacht, und wir müssen das wieder gesund machen, du kannst ja nicht schwul sein, weil das geht ja nicht als Christ, ne, und dann Laienansichten werden da vertreten, also ohne wirklich Wissen, werden da glaube ich auch hin und wieder Menschen kaputt gemacht, also wenn natürlich ist die Frage, ob ein Mensch selber das wirklich möchte, also will ein Mensch Hilfe haben, oder fragt er sich nur was los ist, und will nur mal die Meinung wissen, ist das jetzt, sei der Teufel in mir, oder habe ich eine Krankheit im Kopf, ist das heilbar, was sagt die Bibel, also die Gründe, warum jemand, auch wenn er jung ist, und diese Gefühle hat, also homosexuelle Neigungen, warum er jetzt zu jemandem geht, kann ja unterschiedlich sein, entweder weil er Hilfe haben möchte, weil er selber schon mitbekommen hat, irgendwie scheint das nicht gut zu sein, also aus Sicht der Bibel zumindest, oder einfach weil er wissen will, was mit einem los ist, ja, ist das normal, oder keine Ahnung, und dann kriegt er dann auf einmal zu hören, ja, du hast einen Dämon in dir, oder hast halt eine Krankheit in deinem Kopf, die wir jetzt, ja, da müssen wir auf jeden Fall was machen, weil das geht ja nicht, dass ein Christ schwul ist, wir müssen jetzt so lange für dich beten, und dir die Geister austreiben, bis du Frauen sexuell attraktiv findest, dass du dort deine Gelüstheiten gerne, ja, ausleben möchtest, anstatt jetzt an deinem gleichen Geschlecht, an Männern, und das ist das Ziel, was viele Christen haben in Kirchen, vor allem in den Pfingstkirchen und Freikirchen, wird das oftmals so gelehrt, und das ist in meinen Augen total falsch, was, jetzt frage ich dich mal, Josef, hast du denn selber schon mal Erfahrung gehabt vielleicht mit irgendjemandem, also kennst du jemanden selber, der homosexuell ist, als Glaubensbruder, also der Christ ist, oder vielleicht auch eine Frau, wie sieht's da aus? Okay, gerade nicht am Mikrofon, er hört mich wahrscheinlich nur, das Headset gerade abgelegt, wahrscheinlich, keine Ahnung, um was zu trinken oder so, warte mal ganz deutsch, ja, kein Problem, dann rede ich noch so lange weiter, und du schreibst mir dann wieder im Chat rein, wenn du wieder zumindest online bist. Ja, kann ich natürlich da einfach weitermachen, hier zu sagen, dass ich genau weiß, dass da viel Humbug getrieben wird in Kirchen, und deswegen auch Menschen leiden müssen, ja, weil sie alle nicht ausgebildet sind in der Bibel, die wenigen lassen sich da wirklich ausbilden in der Bibel, sondern gehen ihren eigenen Gelüsten im Kopf nach und meinen dann, sie sind dann irgendwie ein heiliger Priester, der da weiß, was hier zu tun ist, und vor allem, wenn das denn alles nicht hilft, wer leidet darunter? Die betroffene Person. Und so sehe ich den jungen Mann ja auch, der wahrscheinlich ist etwa sowas abgelaufen, es hat alles nichts gebracht, dann reden sie ihn noch ein, du musst, und keine Ahnung, und machen ihnen noch Angst, dass der Teufel immer noch in dir drin ist, das ist sicherlich nicht gut. Es gibt bestimmt so einen Moment, ich sage nicht, dass alle Christen so reagieren würden, aber das wäre halt der Fall. Also ich persönlich, wenn man mich jetzt fragen würde, wie ich mit der Situation umgehen würde, wenn jemand zu mir käme, er ist interessiert am Glauben, oder er ist Christ, und möchte jetzt um die Sachen wissen, dann wird es ihnen ja wahrscheinlich eh, also es ist immer gut, darüber zu reden, immer, auch als Christ, wenn man eine homosexuelle Neigung hat, darüber zu reden, und ich würde erst mal dann in der Weise ja vorgehen und sagen, also pass mal auf, biblisch gesehen könnte es mehrere Ursachen haben, davon, also dass du irgendwann, wenn du den Wunsch hast, dass sich das ändert, weil du in der Bibel liest, dass das eigentlich Gott nicht so gefällt, vor allem das nicht zu praktizieren, versprechen kann ich dir nichts, aber wir können das machen, was die Bibel halt vorgibt, und wir können das einfach mal prophylaktisch zumindest prüfen, ob es jenes oder jene Ursache hat, und da hat man natürlich die Möglichkeit, den Verdacht zu äußern, ein unreiner Geist könnte hier wirken, das ist laut Bibel gesehen möglich, aber man kann nicht garantiert davon ausgehen, dass es ist, ja, man könnte das prophylaktisch abarbeiten, und wenn denn die Hilfe, also prophylaktisch dort, schauen, ob ein unreiner Geist da ist, den man einfach sozusagen wegbetet, wenn aber die Neigungen denn nicht verschwinden, da würde man übergehen, und auch annehmen können, vielleicht ist es eine körperliche Krankheit in deinem Kopf, dass da was, wie gesagt, nur wegen Flüchen und Sünden der Vorfahren, kann überhaupt so etwas entstehen, biblisch gesehen, und nicht den Unfug, den viele Christen da erzählen, dass wir gar keinen Einfluss darauf haben, und es ist Pech gehabt, ja, oder Glückssache, das glauben auch einige Christen, die da, natürlich, wir sind untereinander im Christentum, uns nicht alle einig, wie wir die Bibel verstehen, oder wie wir das Verständnis haben, was wir heute tun sollen, aber die meisten Christen gehen halt aber auch da schon davon aus, dass Homosexualität, weil es ja doch eher deutlich drinsteht, im Alten und Neuen Testament, das Ausleben davon halt nicht gut ist, und wenn man halt davon betroffen ist, dann, ja klar, muss man zumindest darüber reden, und wie gesagt, dann würde ich halt diesen Schritt ja auch gehen, zu sagen, ja, dann betet man mal für dich, unter Handauflegung, der Ältesten schafft am besten, also der Pastoren, im besten Fall, man können auch andere Christen natürlich probieren, wenn es aber auch nicht hilft, ja, wenn es aber auch nicht hilft, dann muss ich davon ausgehen, dann würde auch den jungen Mann sagen, dann ist das nun mal so, sozusagen, wie soll ich damit umgehen, da würde ich sagen, ich versuche dir an der Bibel zu vermitteln, warum die Situation so ist, und bedanken kann sich letztendlich bei deinen Vorfahren, dass du in diese Situation gekommen bist, weil du scheinbar nicht davon wegkommen kannst, also ich nehme ein zweites Beispiel, schau, da, da haben wir noch jemanden in der Kirche, der hat keine Arme und Beine, der muss sich auch damit abfinden, dass er keine Arme und Beine hat, und muss sein Leben bis zum Ende fristen, und danach kommt ja das Paradies, ja, da ist ja vorbei, das ganze Leid hier auf Erden, nur würdest du natürlich sagen, der, der keine Arme und Beine hat, ist natürlich benachteiligt, gegenüber dem, der Beine und Arme hat, und gesund ist, und auch natürlich der, der homosexuelle Neigungen hat, ist jetzt auch benachteiligt, weil ich würde den jungen Mann ja auch klar sagen, also, ich habe mit dir gar kein Problem, wir haben unseren Part erfüllt, also zumindest sieht es so aus, als wäre das nicht biblisch gesehen heilbar, weil es weder durch einen unreinen Geist verursacht wird, noch durch eine Krankheit, die durch Christen geheilt werden kann, die Möglichkeit bestand, ja, haben wir geprüft, hat nicht funktioniert, jetzt würde ich dir einfach sagen, lebt damit, ja, und es gibt, es gibt Menschen nun mal, die heiraten auch nie in ihrem Leben, oder die haben auch vielleicht gar keinen sexuellen Verkehr in ihrem Leben, also jetzt mal als Christ, weil sie vielleicht auch, weiß ich nicht, mal vor, sie sind schwer behindert, oder sind total unattraktiv, oder total schüchtern, dass sie nie eine Frau ansprechen, oder so, und sind halt auch nicht in dem Genuss, dass sie dann irgendwann mal eine Partnerschaft, eine Ehe eingehen, und ihr Sexualleben ausleben, und da gibt es natürlich auch jene, die das freiwillig machen wollen, die, wie gesagt, ja, sie empfiehlt ja auch, Menschen nicht sexuell zu verkehren, oder nicht zu heiraten, besser gesagt, ja, oder auch generell, das gehört natürlich dazu, mit dem sexuellen Verkehr, und es gibt natürlich Menschen, die es freiwillig machen, aber der, der jetzt homosexuelle Neigungen hat, und nicht sich sagt, ich will aber nicht partnerlos leben, also ich will meine Sexualität ausleben, ja, dann würde ich dir natürlich sagen, ja, also, ich kann dir nur eins sagen, und zwar, wenn du ein Christ sein möchtest, und auch die Bibel ernst nimmst, das liegt ja bei dir, ja, dann kann ich dir nur Folgendes sagen, ähm, du darfst den sexuellen Verkehr nicht an mit einem Mann ausüben, weder mit einem Christen, noch mit einem Ungläubigen, und du musst halt deine sexuellen Gelüste anderweitig halt ausleben, wenn du es nicht gar nicht an aufhalten kannst, was weiß ich, zum Beispiel Selbstbefriedigung, ja, aber wie gesagt, den sexuellen Verkehr mit einem Mann auszuüben, weil man sagt, ich kann es nicht anders, das wäre nicht möglich, also biblisch gesehen, müsste man einem Christen zumindest sagen, also der wirklich nach der Bibel leben will, das geht nicht, das ist verboten, und das gibt großen Ärger, früher oder später, also das Ausleben dieser Dinge, und ich kenne, ich persönlich, gut, jetzt hatte ich dir die Frage gestellt, kommen wir gut zu dir nochmal zurück, ob du, Josef, schon mal in Kontakt gekommen bist, mit homosexuellen Christen, wie sieht es da aus? Mit homosexuellen Christen nicht, aber ich kannte einen Juden, der homosexuell ist, aber er hat es einfach nicht ausgeübt. Okay. Der hat sich halt enthalten. Ja, natürlich, also es gibt natürlich in anderen Religionen, nehmen wir mal das Judentum, oder auch dem Islam, das sind ja auch verbreitete Weltanschauungen, an die einige Menschen in der Welt glauben, oder zumindest viele, gemessen daran, ja, und die haben ja auch das Verständnis, dass das nicht erlaubt ist, und dementsprechend, klar, es gibt ja natürlich auch jene, die sagen, dann kann ich es halt nicht praktizieren, weil Gott, der Gott in unseren Fundamenten sagt, wir sollen das nicht machen. Und da sucht man natürlich auch Lösungen, ne, und eine Lösung wäre ja, das kann ich vollkommen verstehen, dass ein junger Mann sagt, wenn ich als Homosexueller, also der diese Gefühle hat, nicht meine, meine, die Praxis ausleben darf, dann möchte ich doch bitte so werden, dass ich das denn mit einer Frau machen kann, aber dazu brauche ich erst mal die Gelüste, und wie gesagt, ich bin ja nicht so gepolt, nennen wir es mal so, dass ich auf Frauen da stehe und das gerne mit denen machen möchte, muss ja auch Liebe im Spiel sein und das alles, ja, das könnte ich vollkommen nachvollziehen, und ich würde alles daran setzen, zu prüfen, habe ja die Dinge schon genannt, und würde viele Beratungen mit solchen Menschen durchführen, aber wirklich professionelle Beratungen, aus Sicht der Bibel, aber ich kann keine Garantien geben, also irgendwie ein Versprechen, so wie in dem Video, das hier gesagt wurde, ja, oder hohe Wahrscheinlichkeit, und da gibt es ja Möglichkeiten, das abzuheilen, so würde ich gar nicht damit umgehen, weil ich die Bibel ja dazu kenne, Versprechen kann man nicht machen, man kann nur Möglichkeiten anbieten, und probieren, und dann sagen, wenn das aber alles nicht hilft, dann, ja, dann tut es mir leid, dann tut es natürlich für den Menschen leid, der gerne sexuell seine, seine, seine Dinge ausleben möchte, aber nicht kann, über den biblischen Weg, ne, natürlich in der Welt könnte man es ständig machen, was weiß ich, in ein Hurenhaus gehen oder so, da würden dann viele natürlich auch, die vielleicht Probleme haben, eine Ehe zu führen, oder eine lange Partnerschaft, aber dennoch ihre sexuellen Gelüste ausleben wollen, die gehen halt dann dorthin, aber das ist ja laut der Bibel jetzt gesehen, auch nicht erlaubt, und deswegen würden natürlich diese Menschen, denn unter einem gewissen Druck leiden, weil sie sagen, oder wissen, ich als Christ kann, weil ich an die Bibel zumindest glaube, wenn ich es tue, wenn ich es natürlich nicht tue, an die Bibel glaube, und mich Christ nenne, dann hat man natürlich auch keine Probleme, immer damit das auszuleben, aber ich gehe jetzt ja immer nur darauf ein, jemand will als Christ die Bibel ernst nehmen, ja, der muss denn sein Leben lang damit einfach leben, dass er halt entweder es schafft, ohne sexuelle Praktiken zu leben, das wäre das Beste, oder sich die Alternativen sucht, es ist nun mal so, dass die Bibel nichts über zum Beispiel Selbstbefriedigung sagt, um halt seine sexuellen Gelüste abzustillen, ja, oder seinen Trieb, ja, etwas wieder zurückzufahren, damit der Selbstbefriedigung dann leben zu müssen, und mehr ist denn halt nicht drin, aber wie viele Menschen gibt es in der Welt, die leben auch so, weil die halt keinen Partner finden, oder keine Ehe, oder Frau, oder was auch immer, die sind, befinden sich in der gleichen Situation, zumindest jetzt, wenn wir mal die, die religiösen Fanatiker, oder die, die ihre Fundamente ernst nehmen, also jeder Jude, jeder Moslem, und jeder Christ, der die Bibel ernst nimmt, davon gibt es ja auch eine ganze Menge, weiß, dass er das nicht machen darf, jetzt was ist, in ein Hurenhaus zu gehen, oder in eine uneheliche Partnerschaft zu gehen, und dort seine sexuellen Begierden halt auszuleben, was man halt so gerne machen möchte, und ja, du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt einen Juden kennengelernt, ja, klar, also ich kann es mir gut vorstellen, gibt es natürlich auch dort das gleiche Problem, und der eine schafft es, der sagt, ich, ich bin, ich bin schwul, meine Glaubensgeschwister haben, auch meine jüdischen Glaubensgeschwister haben damit kein Problem, das muss, das muss so sein, wenn das nicht so ist, muss man, muss man den Leuten das beibringen, denen erklären, dass das leider normal ist, und da ist jetzt nichts Böses, und wenn dann immer noch jemand denkt, der hat bestimmt einen Dämon, oder der, der hat eine schwere Krankheit, oder wie auch immer, und sucht dann noch Schuld, und so, vielleicht bei den Menschen selbst, das ist biblisch gesehen Unfug, ja, wie gesagt, vor allem, wenn man die Dinge schon probiert hat, woran es liegen könnte, und es hat nicht abgeholfen, dass man einfach mit der Situation dann einfach lebt, und nicht jemanden aufzwingt, wir müssen dich jetzt so pullen, dass du auf Frauen stehst, das geht biblisch gesehen gar nicht, so wie du einem Menschen keine Arme und Beine ranmachen kannst, die er nicht hat, so muss ein ordentlicher Mensch sein, ein ordentlicher Christ, und ein ordentlicher Christ hat Arme und Beine, ja, wäre die gleiche Argumentation, wie man einen Homosexuellen sagen würde, du musst jetzt auf Frauen stehen, ja, das geht genauso nicht, also sowas muss man respektieren in der Kirche, ja, und derjenige muss halt schauen und zusehen, dass er halt die Praxis nicht auslebt, und es können sicherlich Menschen auch, wenn sie denn wirklich auch wollen, und sie hätten ja, wie gesagt, über die Selbstbefriedigung eine Alternative, sodass sie nicht ganz in Depressionen fallen, also ich habe noch keinen Menschen, ich persönlich habe noch keinen Menschen kennengelernt, ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die halt gerne heiraten wollen, oder keine Frau haben, oder sowas, aber dass jetzt da jemand zum Beispiel Selbstmordgedanken hat, weil er halt den sexuellen Verkehr nicht ausleben kann, war ja zum Beispiel, mir fehlt die richtige Frau, ich darf ja Sex nur in der Ehe haben, und ich gehe natürlich nicht in den Puff, weil das ist ja nicht erlaubt, und auch ein Homosexueller, der dann einfach sagt, ja, ist nicht erlaubt, dann kann ich halt mit einem Mann keinen Sex haben, so ist das halt, und es gibt viele, ich habe viele Menschen kennengelernt, viele Männer, als auch Frauen, die leben alleine bis zu ihrem Tod, und finden sich damit ab, und es ist auch erträgt, also den Menschen ging es auch erträglich, natürlich fehlt einem irgendwie was, so wie einer, der eine Erdbeerintoleranz hat, der keine Erdbeeren essen kann, das ist natürlich nicht vergleichbar, dem fehlt vielleicht auch, er würde auch gerne mehr eine Erdbeer essen, ohne dass er Hautausschlag bekommt, und das alles, ja, so gibt es halt Menschen, die haben nicht so viele Nachteile, und es gibt die Menschen, die haben nun mal Nachteile, und da muss man sich bis zum Lebensende, halt, ja, durchkämpfen, so nenne ich das mal, und Kompromisse suchen, die mit der Bibel halt noch haltbar sind, und wie gesagt, ein Hurenhaus wäre es in dem Fall nicht, oder eine uneheliche Partnerschaft zu leben, erst recht nicht in der Homosexualität, meines Erachtens ist das biblisch gesehen noch schlimmer, als das Mann und Frau zusammenkommt, und unehelich Verkehr haben, als Christen vor allen Dingen auch, das ist auch nicht gut, ja, aber die Bibel stuft ja auch manchmal so Dinge ab, wo sie sagt, das ist ganz schlimm, und das hier ist, naja, dann ist auch nicht gut, hat auch seine Konsequenzen, aber möglicherweise denn weniger Konsequenzen, ja, und ich kenne, wie gesagt, homosexuelle Christen, habe ich auch schon kennengelernt, und ich weiß, ich kenne das selbst, also persönlich, weil ich mal mit denen gesprochen habe, ja, und dass das ein Kampf ist, und zumindest, ich, natürlich könnte ich mir immer noch vorstellen, dass es Christen gibt, die ich auch kennengelernt habe, die die Homos, also immer wieder, wie so einen Ausrutscher haben, wo es dann doch mal wieder passiert, ja, ich kann das auch, selbst das könnte ich nachvollziehen, das ist nun mal so, wir sind Menschen, und wir fallen, und wir haben uns nicht immer unter Kontrolle, ja, ich, aber jemand, der das denn, dem es egal ist, und sagt, ach, ich suche mir jetzt eine Partnerschaft, und übe den sexuellen Verkehr mit einem anderen Mann regelmäßig aus, das ist natürlich dann nicht die gute Lösung, oder das würde man nicht mal als Ausrutscher so hinstellen können, und die gibt es bestimmt auch, aber ich habe halt, wie gesagt, Christen kennengelernt, die leben auch mit diesem Gefühl, ja, und die stehen auch immer noch nicht auf Frauen, und haben auch alles hinter sich mit Beten, und mal gucken, ob da vielleicht unreine Geister am Werk sind, und das hat alles nichts gebracht, und haben sich jetzt halt damit abgefunden, zu sagen, gut, ich lebe das nicht aus, weil die Bibel sagt, ich darf das nicht, und Gott möchte das nicht, immerhin steht ja auch die Zukunft auf dem Spiel, und meine eine Gesundheit, nicht, dass ich am Ende noch zum Beispiel, was weiß ich, an Krebs oder so, oder an AIDS sterbe, oder was auch immer, ja, das ist ja auch eine Folge, wo wir in der Bibel zumindest herleiten könnten, dass das natürlich Folgen hat, also, wenn ein Christ die Homosexualität einfach praktiziert, ja, und auch bei einem Egal ist, oder so, oder, mir juckt mich nicht, obwohl sie an die Bibel glauben, dann müssen sie sich natürlich auch nicht wundern, weil die Bibel ja dann auch aufzeigt, dass Gott auch diese Dinge heimsucht, denn bei den Christen in seinem zukünftigen Leben, meistens denn kurz vorm Lebensende, da trifft es ja die meisten, und dann würde auch jener Christ dann in der Wahrscheinlichkeit, was weiß ich, früher sterben, oder an einer schweren Krankheit sterben, das ist halt dann biblisch gesehen, zumindest der Preis, den viele bezahlen, die dann sagen, ach, ich will mich, ne, ich halte mich da nicht zurück, ich halte es nicht mehr aus, ich will meine sexuellen Gelüste jetzt stillen, und zwar mit, mit richtig Sex in der Praxis, und nicht nur mit Selbstbefriedigung, oder so, ja, und, ich gehe jetzt da einfach eine Ehe, oder eine Partnerschaft ein, homosexuell gesehen, das ist ja in Deutschland heute möglich, ja, dann ist das natürlich deren, ihren Risiko, mit dem die da leben müssen, und dann ist das halt so, aber, ja, ich kann nur wieder dir geben, was halt die Bibel, die Bibel darüber selber sagt, also ich selber halte, will damit nur sagen, ich halte auch nichts von Versprechungen machen, ob das von Christen kommt, oder von irgendwelchen, was weiß ich, Therapeuten, oder hier so vor allem aus dem esoterischen Bereich, wo man dann, was weiß ich, mit Familienaufstellungen, mit vielen esoterischen, und New Age Gedanken versucht, da zu therapieren, halte ich auch nichts von, da sollte man auch wirklich die Finger von lassen, aber, ein, ein, ein Christ, oder ein Nicht-Christ, das spielt dabei keine Rolle, der sagt, ich hätte es gern anders, kann, gibt es auch, nicht jeder sagt, ich will das auch ausleben, weil irgendwie, meine ich, stimmt ja mit mir was nicht, der sollte natürlich ruhig das mal probieren, ja, in dem Bereich, eine Kirche aufzusuchen, ähm, und diese Dinge mal mit beten, auch den Befreiungsdienst, einfach mal, wenn es, vor allem, es darf nicht kosten, ja, also, vor allem auch nicht die Leute, die Geld dafür verlangen, da sollte man auch nicht hingehen, sondern da, es gibt genug Christen, nicht viele, aber in Deutschland gibt es auch Christen, die sowas machen, die so prophylaktisch vorgehen, und sagen, wir gucken mal, vielleicht ist da ja was, wie beim Zahnarzt, wir gucken mal, wie ihre Zähne sind, nö, ist alles gut, nächste Kontrolle, nächstes halbes Jahr, mal so diesen Beispiel, so ist es ja auch, so kann man halt auch einfach mal Nachprüfungen machen, man kann ja auch Verdacht erstmal sagen, vielleicht ist ja da was, und wenn sich aber aus der Überprüfung, ja, äh, der Untersuchung, würde man sagen, sich da nichts herausstellt, dann ist auch nichts, und dann im besten Fall muss der Mensch dann selber entscheiden, wie er damit jetzt lebt, ob er es praktiziert, ob er nun Christ ist oder nicht, und dann halt damit entweder umgeht und sagt, ich lebe es aus, ich gehe es, fahre sogar das Risiko, ich hoffe, es geht gut aus, das hoffen wahrscheinlich die meisten, und die, die sagen, nee, das ist mir nichts, die Bibel ist mir da, ich glaube an die Bibel, und es ist mir doch zu, zu riskant, da steht zu viel drin, was die erwartet, die es dann einfach so hinnehmen, und dann einfach so praktizieren, ohne sich weiter den Kopf darüber zu machen, die fahrend dann halt, fahrend dann, fahrend das Risiko, was hältst du denn persönlich von so Dingen mit, mit, ja, therapeutischen Ansätzen, um sozusagen Homosexualität zu heilen? Also, wie gesagt, da im Interview wurde ja gesagt, dass da, ja, etwas, ähm, Leute da, sich selbst ernannte, Therapeuten und sowas, also von sowas würde ich erst recht die Finger lassen, ich würde da schon gucken, dass ich einen seriösen Therapeut finde, äh, aber sonst, ja, sonst, wie gesagt, würde ich auch den Weg nehmen, also wenn man gläubig ist, gucken, was die Bibel sagt, dies, das, und, ja, zum Therapeuten kann man ja immer gehen, aber wie gesagt, äh, schon zu richtigen Fachleuten und, äh, nicht irgendwelche, ja, Esoteriker oder New Age oder sowas, also schon seriöse Leute, sonst, ja, finde ich es aber, das ist aber wahrscheinlich das Schwierige heute, dass man seriöse Leute wahrscheinlich, die steht ja nicht draußen dran, ich bin seriös, aber es gibt halt viele Scharlatane oder halt, Laien, die auf diesem Feld unterwegs sind, die mögen zwar von sich aus auch nur das Beste wollen, vor allem denn, wenn sie kein Geld dafür verlangen, aber es ist so, es fehlt an Fachpersonal, man würde so sagen heute, ach, ich bin im Krankenhaus, reden wir mal von die Zeit vor 50 Jahren, du liegst im Krankenhaus in Polen und sagst, ich will hier raus, ich will in ein professionelles Krankenhaus, weil hier werde ich nicht ordentlich behandelt, in so einer Situation würde man sich heute wahrscheinlich auch vorführen in Deutschland, wenn man professionelle Hilfe sucht im Bereich Befreiungsdienst, also wo es um so Thema Exorzismus geht, oder halt um Heilungsgebete, wo man, gibt es ja auch biblisch gesehen, da gibt es keine guten Anlaufstellen so wirklich, da haben wir einen wirklich großen Fachmangelbedarf, also ich bin ja gerade dabei, das auch ein bisschen auszubauen in Deutschland, biete da Exorzismus-Seminare an, weil das muss endlich wieder nach vorne kommen, den Menschen muss geholfen werden, wo die Therapie nicht mehr greift, wo die Medikamente nicht mehr greifen, wo Leben zerstört werden, ob es nur noch geistige Krankheiten zurückzuführen ist, oder auf körperliche, da sollte man zumindest Menschen auch noch eine Chance geben, weil die Bibel ja aufzeigt, um solche Menschen sollen sich Christen eigentlich kümmern, und zwar so, dass sie am Ende dann wieder geheilt sind von ihren Problemen, aber wie gesagt, das Problem ist, die Christenheit in Deutschland hat sich von solchen Methoden verabschiedet, und denen ist das alles egal, vor allem, weil die viele ja nicht mehr an die Bibel so wirklich glauben, aber die Bibel zeigt auf, dass man eigentlich da Menschen auch helfen kann, aber gut, das sind wieder andere Dinge zu dem Thema. Ja, vielleicht noch mal zu dem, zu der Sache nun mal, klar, wenn man das aus einem atheistischen Standpunkt sehen würde, ja, ich glaube der, ich glaube Johannes Spahn, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sein Vorname ist, also unser Gesundheitsminister in Deutschland, ich glaube, er ist selber auch homosexuell, lebt in einer Partnerschaft, oder eher, das weiß ich nicht, und verständlich auch, dass er wahrscheinlich denn als Gesundheitsminister auch jetzt hier dieses Thema aufrollt, um da auch einen Riegel vorzuschieben. Ich persönlich begrüße das auch, ich würde es eher begrüßen, ja, dass man nicht einfach hier, also zumindest in der Frage, wenn es wissenschaftlich zumindest so gesehen wird, also wir reden jetzt von den Ärzten, nicht von den Christen und Scharlatan, wir reden jetzt von Ärzten, ja, wenn es da keine klinischen Studien gibt, dass jemals eine Therapie geholfen hat, oder wenn überhaupt, also die Frage ist nach der Erfolgsquote, in dem Bericht wird ja gesagt, dass die Erfolgsquoten sehr gering sind, ja, wenn die oder fast gar nicht vorhanden sind, dann bringt die Sache ja auch nichts, dann fragt man sich, macht es Sinn, dass man Steuergelder verschwendet, ja, für Therapeuten, die versuchen oder versprechen, Homosexualität zu heilen, oder zumindest so zu polen, dass man wieder, wie die Masse läuft, denn selber tickt, also das andere Geschlecht halt, da lüsternd vorfindet und nicht das Gleiche, dann kann ich das völlig nachvollziehen, also dafür sich auch, dafür sich das automatische Steuergelder sparen, und auf jeden Fall nicht, ja, so viel zu sparen, anstatt hier den Leuten das Geld in den Rachen zu werfen, ich kann mir vorstellen, dass auch der ein oder andere Psychologe oder Hobbypsychologe, wenn ich das so höre, dass das über die Krankenkasse sogar abgerechnet werden kann, die sind froh über jeden Kunden, den sie bekommen, und dann versuchen sie auch das anzuwenden, was hilft in ihren Augen, und klar kann ich mir gut vorstellen, vor allem, wenn Versprochenes nicht eingehalten wird, und am Ende sind die Gefühle halt nicht weg, dass dann auch Menschen psychische Schäden dadurch allein, also Betroffene, Homosexuelle, was denkst du darüber, über die Pläne von Gesundheitsminister Spahn? Ja, also ich begrüße das jetzt auch, also wie gesagt, wenn es wissenschaftlich da nichts dazu gäbe, ja, also ich würde das jetzt, bei Verhaltenstherapeut würde ich jetzt da hingehen, und wenn er realistische Sachen dazu sagt, wenn er sagt, wir können nichts dagegen machen, dann ist es halt so, und wenn die Wissenschaft es halt da auch nichts belegen kann, dann warum soll man da Steuergelder dafür ausgeben? Ja, klar, sag ich auch, wenn du es mal weltlich betrachtest, völlig nachvollziehst, aus atheistischem Standpunkt, aus agnostischem Standpunkt her gesehen, was übrigens nicht so die Masse der Welt betrifft, wenn wir überlegen, also nach den letzten Statistiken, sind 10% der Weltbevölkerung, atheistisch und agnostisch. Der Rest der Weltbevölkerung, also 90%, hat einen religiösen Hintergrund, ob nun Christ, Hindus, Buddhisten oder Moslems, das macht die Masse zumindest aus, ja, und dann die sonstigen halt noch, die sind auch noch mit drin, ja, vertreten natürlich, wenn wir sagen, gut, in der westlichen Welt, vertreten die meisten eher einen agnostischen Hintergrund, und wenn man aus dem agnostischen Hintergrund das betrachtet, dann kann ich es vollkommen verstehen, heute, gesellschaftlich und kulturell, zumindest heute gesehen, dass man sagt, Homosexualität ist doch was ganz normal, also wieso soll das eine Krankheit sein, die man behandeln muss, macht für mich gar keinen Sinn, also wie gesagt, aus dem atheistischen und agnostischen Standpunkt macht das keinen Sinn, aus religiösen Standpunkten ist es völlig nachvollziehbar, klar, also für Leute, die an Fundamente glauben ihrer Religion, also die sagen, ich glaube an einen Gott, der uns erklärt wurde in einer Schrift, ob es zum Beispiel der Koran ist, oder die Tora, oder halt die Bibel, da steht das ja klar drin, dass Gott sagt, wir sollen das nicht praktizieren, und das ist denn die Begründung, wo man sagt, oh, da müssen wir was gegen tun, und da kommen dann so Ideen wie Heilungen, geht zum Hodja, das wäre jetzt ein islamischer Geistiger, der wahrscheinlich den Geist der Homosexualität da austreiben möchte, jetzt im Islam gibt es auch, im Judentum gibt es diese Dinge eher weniger, weil auch dort gibt es so eine Art Gebete und Hilfen und auch Teufelsaustreibungen im Judentum, da reden natürlich die Juden jetzt nicht so oft darüber, wird auch nicht wahrscheinlich überall praktiziert, weil auch da wahrscheinlich ein großer Fachkräftemangel ist, vor allem auch sicherlich in Deutschland oder in Europa, ja, wenn da Betroffene davon betroffen sind, aber auch in ihren Schriften, im Judentum gibt es dort Anleitungen für Geisteraustreibungen, jetzt nicht nur in der Bibel, im Christentum und im Islam, wie gesagt, gibt es das auch, und die glauben nun mal halt daran, aber es ist ein Unterschied, ob ein religiöser Mensch sagt, du bist vom Teufel besessen und wir müssen dir so lange den Teufel austreiben, bis du wieder auf Frauen stehst, ja, oder ich sage, du pass mal auf, wir können ein paar Sachen probieren, kostet nichts, tut auch nicht weh, ja, und wenn das nicht hilft, dann ist es so, dann müssen wir uns halt damit abfinden und du auch, ne, dann pass auf, dass du das nicht praktizierst, üb dich da drin, wenn du mal einen Ausrutsch hast, dann tu Buße darüber, entschuldige dich vor Gott, nimm seine Gnade in Anspruch, aber du musst auf jeden Fall schauen, dass du das in den Griff kriegst und dass das nicht wöchentlich, täglich, monatlich ausgeübt wird, ja, wenn ich von Ausrutschern spreche, dann sage ich mal sowas wie, einmal im Jahr, wenn da mal sowas passiert, als Beispiel, dann würde es für mich nicht mal groß problematisch sein, aber am besten, es passiert gar nicht, dass man da sich doch in den Zügeln halten kann, also seine Homosexualität nicht auszuleben an anderen Männern, ja, und, das macht den Unterschied aus, ja, das macht den Unterschied aus, und ich denke mal auch, ein Atheist und ein Agnostiker muss den Standpunkt nachvollziehen können, es gibt nur mal Menschen, die sind religiös und die glauben an einen Gott, und die glauben nur mal an Fundamente, wie die Tora oder die Bibel, manche auch nicht, es gibt natürlich auch Moslems und Juden und Christen, die glauben nicht an den Inhalt der Bibel, oder nicht so viel, und die vielleicht auch sagen, ach, Gott hat bestimmt nichts gegen Homosexualität, und die Leute sollen mal sich nicht so haben, die gibt es natürlich auch, diese Meinung, ja, also auch die muss man ja letztendlich respektieren, ich würde natürlich sagen, das ist schlecht, das sind in meinen Augen irregeleitete Christen, aus meiner eigenen Gruppierung, die die Bibel nicht mal richtig ernst nehmen, ja, aber aufzwingen kann ich denen das ja auch nicht, dass sie das, ja doch, die müsste es auch, zumindest als, dass das nicht normal ist, religiös zumindest gesehen, müsste eigentlich dahinter kommen, aber das ist ja auch in der Masse gar nicht so wirklich umsetzbar, also deswegen, klar, dass die Atheisten und Agnostiker, die nicht religiös leben, auch im Fernsehen auftreten, jetzt hier auch bei ARD, ja, sicherlich gibt es da auch Christen oder Muslime bei ARD, die vielleicht zu dem Thema Andersstellung beziehen würde, als ein Agnostiker oder Atheist, der jetzt da der Moderationssprecher ist oder so, der wahrscheinlich denn, oder der die Sendungsleitung da hat, oder halt die Sendung produziert hat, wenn das alles Agnostiker und Atheisten sind, dann werden sie natürlich denn es so darstellen, dass es ja eigentlich was ganz Normales ist und ich habe da völliges Verständnis dafür, dass man aus dieser Sicht das eher als normal empfindet. Josef? Ja, also, muss da zustimmen, wie gesagt, als du da vorgesagt hast, ja, wenn jetzt einer kommt, der sagt, du bist schon im Teufel besessen oder sowas und es muss weggehen, das ist, ja, der tickt halt nicht richtig, dann muss man schon mit klarem Menschenverstand das, ja, rationell mal, ja, durchdenken, ja. Ja, der junge Mann sagte, er war ja in einigen Kirchen auch, das hat, glaube ich, in einem anderen Bericht gesagt, hat es viel probiert, hat alles probiert, ich würde, ich würde persönlich sagen, das ist meine Einschätzung, er hatte das Pech, er ist an kein Fachpersonal gekommen, er war einfach bei vielen Laien, Christen oder Wahrsagern oder was weiß ich, so Scharlatan sicherlich auch, die das ausnutzen oder tun und wollen halt ihr Geld verdienen, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen mit solchen Machenschaften, ja, und dann, vielleicht gibt man auch irgendwann auf und sagt, ich habe keinen Bock, mal habe ich so viel schon ausprobiert, scheinbar geht es auch nicht weg und klar, ich würde ja auch sagen, ja klar, es kann auch möglich sein, dass das nicht weggeht, aber dennoch würde ich als letzte Empfehlung natürlich sagen, dann lebt es aber trotzdem nicht praktisch aus und wenn der Mensch sich aber dazu entscheidet, der junge Mann hat sich jetzt dazu entschieden, ich würde mal auch vermuten, so wie ich das jetzt so aus Sendungen heraus, er ist ja jetzt auch kein Christ mehr, also er ist nur christlich aufgewachsen, wurde so erzogen und ist selber wahrscheinlich irgendwann mal dahinter gekommen, sein Weltbild so anzupassen, dass er sagt, entweder, doch, ich würde schon sagen, ich glaube an Jesus, aber ich glaube den Inhalt der Bibel nicht, also ich mache sozusagen mir meinen eigenen Kopf, meinen eigenen Gott im Kopf zurecht und glaube natürlich, dass Jesus mal existiert hat, aber was da in der Bibel steht, nehme ich nicht so ernst und das tun viele heute, viele Christen machen das heute, die so auftreten, die da halt mit diesem Gewissen rumlaufen, sie glauben ja noch an Gott und glauben irgendwie an Jesus, kommen aus einem christlichen Hintergrund, aber nehmen dann halt die Bibel nicht mehr so ernst und leben natürlich dann die Homosexualität dann auch praktisch aus, also ich kenne da viele, viele Christen, zum Beispiel David Berger, der ist ja auch in der Wahrheitsbewegungsszene momentan aktiv, der ist ja auch, kommt aus der katholischen Hintergrund, ist homosexuell, ich vermute mal auch bis heute lebt er es noch aus und er würde auch sagen, er glaubt möglicherweise an Gott und an Jesus, hat aber wie gesagt, das Bild in seinem einen Kopf, wie er mit Homosexualität umgeht oder wo er meint, der Gott, der sieht das nicht so eng, ja oder er nimmt halt wahrscheinlich denn die Bibel nicht so ernst in diesen Passagen und dementsprechend hat er mit seinem eigenen Problem da sicherlich zu kämpfen, das weiß ich nicht, aber es gibt halt auch jene, die sagen, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben oder zumindest nicht mehr mit dem, also ich will zumindest vor allem gar nichts mehr mit diesem Christentum zu tun haben, mit dem Fundament, vor allem nicht der Bibel und ich mach den halt, worauf ich Lust habe. Ich finde auch, der junge Mann hier, der ist dann wahrscheinlich auch eher so zum Agnostiker geworden, würde ich mal vermuten, oder hat sich seine eigene Religion im Kopf zusammengebastelt, wie viele es tun, es ist, da steht, würde er auch nicht alleine dastehen und deswegen hat er da wahrscheinlich nicht mal ein schlechtes Gewissen oder es hat sowas im Kopf, wie ich darf das nicht, oder es verboten, sondern sein Gott in seinem Kopf wahrscheinlich erlaubt es ihm, so denkt er es, oder er ist halt Agnostiker oder Atheist geworden und sagt, ach, was kümmert es mich jetzt, ich mach, was ich will, ich will meinen Spaß haben und meine Liebe ausleben, wie ich das möchte und ich hab da keinen Bezug zu, dass es da irgendwelche Regeln gibt in Büchern, die sagen, ich soll es eigentlich nicht machen, so würde ich zumindest die Situation einschätzen und es ist ja auch okay, wenn der Mensch sich dazu entscheidet, dann ist es so, ja, mir geht es ja hauptsächlich immer nur darum, wenn jemand sagt, ich glaube an die Bibel, an den Inhalt, ja, und trotzdem dann die Homosexualität auslebt. Es ist ja so, wenn wir mal über das Thema sprechen, er hat ja auch scheinbar mit Exorzisten Kontakt gehabt, das Gute ist, aus Sicht des Christentums, Herr Spahn, der Gesundheitsminister, kann ja verbieten, Therapien, ja, er kann aber nicht, also zumindest sind wir noch nicht so weit, dafür haben wir die Religionsfreiheit, er kann nicht verbieten, dass es Christen gibt, die für einen Menschen beten, dass er gesund wird, ja, weil das läuft nicht über die Krankenkasse ab, dafür brauchst du auch kein Rezept, dafür brauchst du eigentlich nur ein Gespräch, ja, und auch, dass einem die Hände aufgelegt wird und man für ihn betet, für Gesundheit von einem Christen in Jesus Christus Namen, das kann ja Spahn auch nicht verbieten, das geht erst dann, wenn man die Religion verbietet oder vorschreibt, wie man religiös zu leben hat, ja, und einerseits ist es so, wenn wir es mal so geschichtlich betrachten, wenn jetzt die ganzen Therapien abgeschafft werden, oder sagen wir mal so, es darf nicht mehr über die Krankenkasse abgerechnet werden, ja, dann ist das ähnlich, medizinisch zumindest gesehen, ja, das gleiche, was auch das Thema Exorzismus betrifft, dass hier in diesem Bereich man ja auch staatlicherseits einen Riegel vorgeschoben hat, aber nur der katholischen Kirche, vielleicht auch der protestantischen Kirche, da bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich gelten für beide, weil die ja in dem Staat angegliedert sind, die gleichen Regeln, man hat ja den Exorzismus katholischen in Deutschland verboten, also man darf den nicht öffentlich anbieten, ob man ihn auch nicht praktizieren darf, da kenne ich mich jetzt in den Regeln nicht so wirklich aus, also in der katholischen Kirche ist es ja so, seitdem es den Zwischenfall gab, mit Anneliese Michel, ja, da gab es auch eine Verfilmung von, da ist ja die Frau verstorben, während ihrer Phase, die sie da hatte, und der Exorzismus hat gar nicht geholfen, ich würde sagen, als ein Profi im Bereich der Bibel, mich wundert das nicht, weil dieser Live-Exorzismus, der ist ja auch im Internet noch anzuhören, und da wird so viel Unsinn getan, von diesem katholischen Priester, ja, da muss man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert hat, ja, also auch da, das sind alles Laien, also ich würde auch sagen, der katholische Exorzismus ist einfach Blödsinn, wie der heute praktiziert wird, kein Wunder, dass da nichts Gutes am Ende bei rauskommt, oder in vielen Fällen vor allem nicht, wenn man da vieles einfach falsch angeht, und wegen diesem Todesfall, hat Deutschland gesagt, ich weiß nicht, wann das so war, in den 60er, 70er Jahren, oder 80ern, hab das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, hat Deutschland denn gesagt, also der Gesetzgeber, die katholische Kirche darf diesen Dienst nicht mehr anbieten, öffentlich, und heute ist es so, wenn du als Betroffener, der meint, ich bin vielleicht dämonisch besessen, einen Exorzisten suchst, dann wirst du im Internet, wenn du Katholik bist, keinen finden, in Deutschland zumindest, im Ausland sicherlich, und das ist meistens so, dass dann man in die katholische Kirche geht, zum Priester als Katholik, und sagt, ich hab hier ein Problem, und der Priester würde dann sich den Menschen anschauen, oder ihn zu jemandem schicken, zu einem anderen katholischen Priester, der soll den mal untersuchen, und der soll jetzt feststellen, ist der dämonisch besessen oder nicht, und wenn er sagt, oder zu dem Urteil kommt, doch, der scheint da, vielleicht da ist, könnte eine dämonische Besessenheit sein, dann wird trotzdem ein Exorzismus ausgeführt, entweder im Ausland wird man dann verwiesen, oder es kommen welche aus dem Ausland nach Deutschland, und üben den Exorzismus aus, an diesen Menschen, oder hinter verschlossenen Türen, tun die katholischen Priester das. Ja, verbieten geht ja nicht, wie willst du den Menschen das verbieten, wenn die daran glauben, also die Katholiken zumindest, ja, also auch da, aber es ist, wie ich gehört habe, auch sehr schwierig geworden, also, viele Menschen, die geistige Probleme haben, wo ich auch stark vermuten würde, dass sie dämonisch besessen sind, die kriegen heute fast gar keine professionelle Hilfe mehr, die kommen alle meistens am Ende in die geschlossene Anstalt, stehen unter Medikamente, und werden nicht mehr glücklich im Leben, ja, weil wir auch da einen Mangel haben, wirklich in diesem Bereich, Befreiungsdienst und Exorzismus, wie man es nennen möchte, dass da professionell vorgegangen wird, und das tut halt meistens die katholische Kirche sowieso nicht, ne, und wie gesagt, das kann man nicht verbieten, also soweit sind wir nicht, dass man jeden Christen verbietet, du darfst nicht mehr mit einem Menschen reden, oder den Namen Jesus über ihn aussprechen, um ihn Geister auszutreiben, sowas wird nicht verboten werden, also zumindest ist das unrealistisch, dass man das verbietet in der Zukunft, und das wird weiterhin praktiziert, und es ist auch gut so, dass es praktiziert wird, aber, ich sag's nochmal, gibt's ganz viele Scharlatane im Christentum, außerhalb des Christentums, die da fast oft Geldmachereien letztendlich steckt dahinter, ja, oder halt, hauptsächlich geht's meistens um Geld, ja, oder die Lage anderer auszunutzen, um ja seine eigenen Vorteile daraus zu ziehen, deswegen warne ich auch davor, ja, in diesem Bereich, leider findet man da nicht viel professionelle Leute, vor allem nicht, vor allem nicht in Deutschland, ja, ja, wie gesagt, atheistischen Standpunkt völlig nachvollziehbar, das was jetzt da Herr Spahn davor hat, und ich unterstütze das auch, aber ich kann nur jedem raten, ob nun Christ oder nicht Christ, wenn man glaubt, man ist entweder dämonisch besessen, oder spukt, und man hat Geistererscheinungen und Visionen und das alles, ja, ich würde trotzdem auch empfehlen, Christen aufzusuchen, die dort auch in ihrem Bereich anwenden, gewisse Dinge, a, kostet es nichts, b, tut's nicht weh, c, man hat nichts zu verlieren, und wenn's nicht klappt, dann gehe ich zum Arzt, und werfe mir dann die Medikamente ein, was ja die meisten nicht wollen, aber meistens geht's ja nicht anders, ja, ähm, ist zumindest mein Ratschlag an alle da draußen. So, Josef, möchtest du noch was dazu sagen, oder wie du weiter abspielen? Nö, du kannst das Video weiter abspielen. Okay. Und ich möchte dir deinen Mann vorstellen, der als Journalist und Filmemacher in Sachen Konversionstherapien recherchiert hat. Christian Dekker ist im Studio. Schönen guten Tag. Guten Tag. Die Schwulenheiler heißt ihre ARD-Dokumentation. Das war schon vor ein paar Jahren. Dass es überhaupt solche Therapien gibt, das hat viele von uns überrascht, als wir das jetzt gehört haben. Hat es Sie damals auch überrascht? Mich hat das extrem überrascht. Ich erinnere mich noch genau, wie meine Kollegin Oda Lambrecht, mit der ich die Recherche und die Reportage zusammen gemacht habe, eines Tages ins Büro kam und sagte, stell dir vor, ich habe gehört, es soll Ärzte geben, die Therapien gegen Homosexualität anbieten. Ich kannte das aus den USA, wo es das ganz oft gibt, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so etwas in Deutschland im 21. Jahrhundert auch gibt. Das ist ja nichts, was einem im Wartezimmer angeboten wird. Von einer Art Teufelsaustreibung hat der junge Mann im Film gerade eben gesprochen. Wie sehr agieren diese selbsternannten Heiler im Untergrund? Ja, die findet man tatsächlich nicht im Telefonbuch. Und es gibt auch keine Website, wo die schreiben, hier kommen sie in meine Praxis oder in meine Räumlichkeiten, dann werde ich sie heilen. Sondern es ist tatsächlich, ich finde das im Verborgenen statt. Das ist so ein bisschen so eine Schattenwelt. Meine Vermutung ist, dass diese Leute, die so etwas anbieten, eben so eine Art Unrechtsbewusstsein haben oder zumindest sich im Klaren darüber sind, dass der übergroße Teil der Gesellschaft das sehr kritisch sieht, was dort passiert. Das schon, aber wie sehen Sie das selber? Also ist da eine Überzeugung zu spüren bei diesen Menschen oder hatten Sie den Eindruck, es ist Geldmacherei? Diese Menschen sind ganz klar überzeugt. Die allermeisten, die so etwas anbieten, haben einen sehr starken religiösen Hintergrund, legen die Bibel zum Beispiel sehr wörtlich aus, sagen deshalb, gelebte Homosexualität sei Sünde. Und das ist deren Motivation, das zu machen. Man muss gleichzeitig sagen, die Ärztinnen und Ärzte, bei denen ich mich undercover in Behandlung begeben habe, die haben dafür durchaus auch Geld genommen. Also der finanzielle Aspekt ist durchaus da, aber auf jeden Fall steht die religiöse Motivation sehr stark im Vordergrund. Oder Sie haben es tatsächlich geschafft, dass die Krankenkasse das bezahlt hat. Auch das haben Sie herausgefunden damals. Da staunt man ja erst mal, wenn man weiß, wie, weiß ich nicht, eine homopathische Behandlung manchmal mit vier Formularen irgendwie beantragt werden muss. Wie machen die das? Ich hatte mich als Privatpatient ausgegeben bei diesen Ärzten und habe deshalb die Abrechnung zu mir nach Hause geschickt bekommen. Und auf diesen Abrechnungen stand zum Beispiel die Erörterung einer lebensverändernden Erkrankung. Damit meint die Gebührenordnung Krankheiten wie Krebs oder Diabetes. Und dieser Arzt war zufälligerweise der gleiche Arzt, den wir im Beitrag gerade gesehen haben, der eine Dämonenaustreibung auch bei mir gemacht hat. Und der hat das eben als Erörterung einer lebensverändernden Erkrankung versucht über die Krankenkasse abzurechnen. Ja, vielleicht will ich mal wieder Pause. Ja, ich könnte es mir auch gut vorstellen. Natürlich, es gibt auch viele Ärzte, die würden sich Christen nennen, ob sie nun katholisch sind, freikirchlich, evangelisch, das Zeugen Jehova, was auch immer. Es kann alles dabei sein. Und die sicherlich mit guten Absichten davor gehen und sagen, ja gut, ich glaube an die Bibel und bin Arzt. Und aus diesem Hintergrund nachvollziehbar, hat er ja gesagt, wenn es ein Fundamentalisten sind, also Fundamentalist heißt einfach nur, sie glauben das, was in den Büchern steht. Und sagen nicht, das ist nur eine Geschichte und es ist vieles dabei zugedacht worden und es kommt gar nicht von Gott, dass das da steht. Ja, die zählen ja darunter. Davon gibt es natürlich nicht viele, weder im Christentum noch im Islam. Wahrscheinlich im Islam gesehen, mehr als im Christentum, würde man weltweit das mal vergleichen. Also es gibt mehr Fundamentalisten im Islam als im Christentum. So ist es nun mal jetzt auch vor allem in Deutschland. Da sind auch nur wenige Christen wirklich die Bibel sehr ernst. Da hat man andere Gründe, warum man Christ ist, wegen der Gemeinschaft und den anderen und schöne Partys und Musikabende. Ja, anstatt jetzt sich zu konzentrieren, was steht in der Bibel drin. Das machen aus eigener Erfahrung die wenigsten Christen überall in jeglicher Gruppierung. Ja, dementsprechend gibt es natürlich auch nur wenig Fundamentalisten. Und der Aspekt, dass auch ein Christ, der Arzt ist, Geld verdienen möchte, um seine Familie durchzubringen, das kann ich verstehen. Aber ich habe kein, ich habe kein, ja, keine Toleranz dafür oder Verständnis, dass ein Christ, der Arzt ist, Geld von einem Menschen verlangt, der möchte zu dem Ziel kommen, dass seine Homosexualität ja, geändert wird, ja, dass er heterosexuell ist. Da würde ich persönlich sagen, das ist eher verwerflich. Was ich nachvollziehen könnte, ist, wenn der Arzt, wenn es halt sein Beruf ist und er seine Zeit jetzt dafür in seiner Praxis auch noch anbietet, dass man da eher so vorgeht, zu sagen, passen Sie auf, das kostet Sie nichts, aber ich würde mich freuen. Oder halt, eigentlich müsste es eher so in die Richtung gehen, Sie können ja gerne hinterher was spenden, wenn es denn geholfen hat, ja, also erst nach dem Ergebnis zu bezahlen und nicht, naja, bezahlen Sie mich mal und ob es hilft, werden wir dann sehen. Das halte ich verwerflich, als Christ sollte man nicht machen. Ja, aber es gibt nochmal Christen, die so vorgehen und wenn man an solche herankotritt oder an Ärzte, die als Berufsarzt sind und aus christlichem Hintergrund kommt, da würden halt so eine Dinge halt passieren. Und wenn man da vielleicht sogar noch das ausnutzt, als Christ zu sagen, ich rechne das über die Krankenkasse ab. Gut, Christen sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler, die können auch, äh, was weiß ich, geldgierig sein oder so. Das sind auch nur Menschen, das sind keine perfekten Menschen, die sollen zwar sich bessern in dem Leben und so kann es auch passieren, dass wenn ich einen Christ mal als Arzt sagt, ach, läuft gerade nicht so gut der Laden, ja, ich rechne mal hier auch ein bisschen mehr ab über gewisse Hintertüren, wird schon irgendwie funktionieren, ja, und dann machen die das auch. Ja, es gibt, nicht wundern, auch Christen sind nur Menschen und machen Fehler, so wie die anderen da draußen auch, also darüber sollte man sich jetzt nicht wundern, aber es ist ja letztendlich kein gutes Verhalten, ja, für eine Dämonenaustreibung Geld zu verlangen, ja, zu sagen, sie bezahlen hier 50 Euro und dann, äh, werde ich denn handeln. Das ist, das ist biblisch gesehen Unfug, das darf man gar nicht. Ja, man könnte sich vielleicht sagen, dass man Seelsorgegespräche, was weiß ich, da kommt jemand und sagt, ich würde mich gerne mit ihm mal drei Stunden unterhalten, ich würde ihm mal meine Lebensgeschichte erzählen und sie können mir mal einen Ratschlag geben und wenn derjenige jetzt sagt, wissen Sie was, drei Stunden, ich könnte jetzt hier entweder drei Stunden arbeiten und Geld verdienen oder ich höre Ihnen drei Stunden zu, dann möchte ich aber einerwegs eine Aufwandsentschädigung von ihm bekommen, wenn ich ihn jetzt drei Stunden mit, mit, mit ihr Problem auseinandersetzen soll und ich meine Familie aber zu Hause noch annähern möchte, dass man da sozusagen ein Geld für das Gespräch verlangt, weil er jemand drei Stunden in Seelsorgegespräch führen möchte, dafür hätte ich schon wieder Verständnis, aber eine Dämonenaustreibung, die geht fünf Minuten, zehn Minuten, die Sache ist erledigt, dafür kann man doch kein Geld verlangen, ja, aber wie gesagt, ich kenne auch viele Christen, die Geld dafür verlangen, für ihre Dienste und bibisch gesehen ist das einfach dumm, ja, falsch vor allem auch, die, die Glaubensgeschwister müssten umkehren und mal wieder ordentlich die Bibel lesen, aber das machen hier eh nur wenig Christen. Ja, Josef, von deiner Seite was oder machen wir weiter? Ja, na, also das jetzt da Geld verlangen ist ja eigentlich verboten, ne, für Austreibung und so, ja, dass da jetzt, dass die Ärzte jetzt da einen religiösen Hintergrund hatten, ja, also wie gesagt, ich glaube auch, die hatten da was Gutes im Sinn, aber, ja, dass die es jetzt halt so abrechnen, ja, verständlich, aber gut, ich wäre jetzt auch ganz anders angegangen, aber, ja. Ich muss sagen, also die Doku, von dem hier gesprochen wird, die hatte ich mal auch gesehen, es war wirklich vor ein paar Jahren, die könnte auch, ich erinnere mich nämlich an sein Gesicht von ihm gewesen sein, was ich zumindest gut finde, er ist in dieser Sendung sehr ehrlich, also sehr neutral, also gibt einmal den Standpunkt, ne, es ist nun mal so, sie sind religiös und glauben daran und das sollte man ja auch respektieren, aber man darf das Fehlverhalten dieser Leute natürlich kritisieren, so sagen, die rechnen das dann mit der Krankenkasse ab und alles, für eine Dämonenaustreibung, das darf man zu Recht kritisieren und da müssen natürlich diese Glaubensbrüder, ja, auch an sich arbeiten, die es nicht so zu tun, ja, weil sie damit natürlich auch den Glauben schlecht nach außen hin dastehen lassen, also dafür, also die machen jetzt das Thema nicht rund, natürlich der Moderator, der hat gar keine Ahnung vom Thema, der wird wahrscheinlich auch atheistischen Hintergrund haben, aber ihn interessiert ja die Meinung dieses Mannes hier, der diese Sendung mal produziert hat, ja, und wie er jetzt zumindest darauf eingeht, weil er macht mir auch eher so, denn halt, vielleicht einen agnostischen Hintergrund und er ist neutral, zumindest in seinem Bericht darüber, was er erlebt hat und das rechne ich Menschen zumindest auch an, die nicht aus dem religiösen Hintergrund kommen, so machen wir aber weiter. Er hat eine Psychotherapie gemacht und hat das über eine Abrechnungsziffer, die für Psychotherapien genutzt werden kann, abgerechnet. Diese Abrechnungsziffer meint aber natürlich nicht solche Umpolungstherapien. Was machen solche Therapien mit den Menschen? Was haben Sie vielleicht auch an sich selbst festgestellt und gemerkt? Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die solche vermeintlichen Therapien durchlaufen haben. Und was man sagen kann, ist, dass die meisten dieser Menschen oder fast alle dadurch schon sehr stark gezeichnet sind, die jahrelang, zum Teil jahrzehntelang versuchen, heterosexuell zu werden, dieses Ziel niemals erreichen. Und das zermürbt die Menschen. Das nährt den Selbstzweifel noch viel stärker. Und die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, sagen eben, das kann extreme gesundheitliche Schäden bis hin zu Suizidgedanken nach sich ziehen. Und auch deswegen will der Bundesgesundheitsminister dagegen vorgehen. Wie sehen Sie dieses Verbot? Was halten Sie davon? Ich persönlich finde dieses Verbot in jedem Fall richtig, da es wissenschaftlich einfach geboten ist. Gleichzeitig glaube ich, dass die Zahl der Menschen, die in Zukunft solche vermeintlichen Heilungsversuche zur Anzeige bringen, sehr gering sein wird. Diese Menschen sind häufig traumatisiert, haben sehr viel mit sich selbst zu tun und haben gar nicht die Kraft und am Ende auch nicht die Motivation, so etwas in die Öffentlichkeit zu bringen, irgendwie eine Anzeige bei einer offiziellen Stelle zu stellen. Deshalb glaube ich, dass die Fallzahl, die in Zukunft da auftreten wird, eher gering sein wird. Nichtsdestotrotz ist das eine ganz wichtige Symbolpolitik, weil sie am Ende auch in die Gesellschaft hinein das Signal transportiert, Homosexualität ist nicht therapiebedürftig. Anzeige ist ja das eine, das setzt aber raus, dass man es schon mal erlebt hat. Das andere ist ja auch quasi die Anwerbung von neuen Kunden. Wenn diese Menschen im Verborgenen handeln, wie Sie anfangs gesagt haben, kann so ein Verbot dann überhaupt was bringen? Ich glaube, dass das Verbot durchaus noch mal klar macht, solche Therapien sind unwissenschaftlich und wer solche vermeintlichen Therapien anbietet, begibt sich eben in dem Bereich des Illegalen am Ende. Und dieses Signal ist, glaube ich, schon wichtig. Ob am Ende jetzt da Leute Bußgelder bezahlen müssen oder sich gar strafbar machen oder wie auch immer die Regelung am Ende aussehen wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass der Gesetzgeber einmal sagt, solche unwissenschaftlichen Scharlatanerie-Versuche wollen wir einfach nicht. Aber hier müssen wir natürlich wirklich unterscheiden zwischen einem Menschen, der aus einem religiösen Hintergrund kommt und sich die Frage stellt, kann mir geholfen werden? Also, dass man denen jetzt verbietet, Christen aufzusuchen, weil sie selber lesen, hier steht was in der Bibel drin, mit Geisteraustreibung, die diese Dinge auch verursachen könnten. Dem das jetzt zu verwehren, das wäre meines Erachtens Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass man so ein Gesetz herausbringen kann, wie schon gesagt, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel Josef zu dir hinkomme und sage, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja homosexuell, könntest du mal für mich beten, dass ich gesund werde davon und du mir dann die Antwort gibst, du, Markus, das kann ich nicht, weil das ist verboten in Deutschland. Es wäre echt übel, wenn es zu solchen Zuständen käme, dass du dich jetzt strafbar machen würdest, nur weil du für mich betest, nur weil ich den Wunsch auch habe, bete du mal für mich. Ich glaube, ich bin homosexuell und vielleicht hilft dir dein Gebet. Ich glaube nicht, dass man das in diese Richtung bringen kann, aber dass man, wie schon gesagt, sagt, dass Therapien verboten werden, auf Staatskosten, die über die Staatskosten im Bereich der Krankenkasse abgerechnet werden, ja, oder ob nun privat oder gesetzlich, ja, das finde ich auch, das sollte auf jeden Fall eingestellt werden. Könntest du dir das vorstellen, dass das verboten wird? Beten für andere, die meinen, sie sind homosexuell und suchen Hilfe, das verboten, nein, darfst du nicht mehr für den beten. Also auch wenn ich das jetzt säkular sehen würde, dann würde ich sagen ja, ob sich jetzt ein Gebet negativ auswirken würde auf Menschen, total unrealistisch. Was ich jetzt halt so kritisieren würde, ist halt, wenn die Leute jetzt sagen, also die Person ist religiös und die weiß, sie ist aber homosexuell, das geht nicht, dann sollte sie sich auch aber mit ihren Fundamenten richtig auseinandersetzen, gucken, was sagt, gucken, was die Optionen sind und dann halt gezielt mal gucken. Also ich wäre trotzdem, jetzt auch wenn jetzt, auch wenn jetzt gläubig bin, ich würde trotzdem erstmal gucken, was ein normaler Psychotherapeut sagt, ja, anstatt zu irgendwelchen Scharlatan zu gehen oder Leute, die selbsternannt, ja, da irgendwelchen anderen helfen wollen, nee, erstmal zu richtigen, vertrauenswürdigen Leuten und dann, wenn der mir nicht helfen kann, weil wissenschaftlich gibt es da nichts, dann gehe ich zu Glaubensgeschwistern, ja. Also über die religiöse Ebene, ja, also gut klar, dass man die Option wählen kann. Was ich vielleicht nachvollziehen könnte, wäre, dass es strafbar wäre, wenn ein Christ zum Beispiel sagt, wir können ihnen garantiert helfen, wir werden ihnen einfach so lange den Dämon austreiben, bis sie gesund sind. Das, dass man das verbietet oder dass das strafbar ist, Garantien zu stellen oder Urteile oder Diagnosen zu stellen, zu sagen, ja, da ist halt der Teufel immer noch drin, das, das müsste auch verboten werden, weil es ist, ja, natürlich, aber das ist ja auch schwachsinnig, wer sowas behauptet, dann weiß man ja, also da muss der gesunde Menschenverstand sagen, nee, das ist ein Spinner. Ja, aber das kann vielleicht nicht jeder, jeder, der vielleicht psychisch ein bisschen labell ist, als auch als Gläubiger, der kann wirklich, ich kann missforschen, dass es ein bisschen zum Selbstmord führen kann, wenn der an der Stelle kommt, die ihm sagt, ja, sie müssen dann wiederkommen und dann werden wir wieder versuchen, ihn den Teufel auszutreiben, wir müssen das so lange machen, bis der weg ist und dass der dann irgendwann mal sagt, mir reicht's, ja, der Teufel will ja nicht gehen und es wird ihm immer eingeredet, der Teufel sei in ihm, dass man sowas unter Strafe stellt, wer also Heilungsversprechungen macht, und die nicht eintreffen, ja, also zumindest, wenn, was weiß ich, mit versteckter Kamera jemand kommt und hört denn sowas, das ist doch strafbar in Deutschland, der hat mir gerade versprochen, dass er mich heilen kann, ja, dann sollte das auf jeden Fall meines Erachtens auch bestraft werden dürfen, hätte ich gar kein Problem mit, weil Dinge zu versprechen oder Dinge in den Raum zu stellen, die den Menschen es nicht besser machen, das ist immer schlecht, aber wie du selbst schon sagtest, wenn jemand sagt, ich bete für dich, dass du gesund bist und keine Ahnung, ob es hilft, weiß ich nicht, hoffen wir es, Gott muss es entscheiden, das ist ja kein Versprechen, dass jemand geheilt wird von jemandem, das ist einfach nur eine Möglichkeit, hier, ich mache mal was, vielleicht funktioniert es, wenn es nicht funktioniert, sei mir nicht böse, aber ich verspreche dir auch nichts. Ja, genau. Ja, gut, wie gesagt, wenn jemand schon so psychisch angeschlagen ist, der das nicht mehr unterscheiden kann, tut mir leid für diesen Menschen, aber ich würde es dann auch verbieten, aber muss vielleicht dann der Staat da drüber schauen, aber gut, wenn es schon so im Untergrund ist, nennen wir es mal so, das ist schon ein bisschen schwierig. Da wird es ja klar, da wird es wirklich schwierig, diese Dinge dann zu beweisen vor Gericht, und wer geht denn schon mit versteckter Kamera irgendwo hin, wenn einer wirklich Hilfe sucht, ja, weil es ist ja für mich jetzt ja auch unprofessionell, also klar, um zu recherchieren, wie es abläuft, finde ich das in Ordnung, ist das professionell oder nicht professionell, ich habe auch schon Interviews geführt mit Zeitungen und mit Fernsehen, die einen Sendungsbericht machen wollten, und weil ich habe ja nichts, ich bin ja nicht, auch die könnten auch mit versteckter Kamera diese Interviews geführt haben, aber das stört mich nicht, weil ich bin ja neutral, und ich mache keine Versprechungen, ja, über diese Dinge, sondern ich sage so wie es ist, und wieso sollte ich mich da angreifbar machen, man muss einfach nur bei der Wahrheit bleiben, aber es ist nun mal leider so, es gibt nicht die eine Wahrheit im Christentum, sondern jeder erzählt, was er glaubt, und das Problem ist halt, dass die meisten halt in falsche Dinge manipuliert und gelehrt wurden im Christentum, dass sie zu den ein oder anderen Schlüssen kommen, weil es einfach kein Fachpersonal ist, ja, also wenn natürlich, natürlich würde jemand sagen, ich bin katholischer Exorzist, und das, was ich tue, steht nicht in der Bibel drin, sondern im Kartechismus der Kirchengeschichte, okay, dann ist das sein Fundament, aber da würde ich sagen, das ist aber falsch, und kein Wunder, dass du so viel Mist baust mit deinen sogenannten Patienten, so nenne ich das jetzt mal, ja, weil deine Grundlage, ja, wie du da dieses Problem angehst, schon nicht richtig ist, und kein Wunder, dass du damit sogar noch Schaden anrichten kannst, dass sogar noch Menschen versterben, also, nochmal als Hinweis, der Exorzismus von Emily, Anneliese Michel, die ist nicht gestorben wegen dem Exorzismus, sondern die Frau ist verhungert, weil man sie ans Bett gefesselt hat, und dachte, das muss so sein, ja, also, sag ja aus, er gibt viele verrückte Leute im Christentum, garantiert, die unprofessionell arbeiten, oder mit falschen Dogmen vorgehen, ja, und dann nur noch mehr Schaden anrichten, als dass es wirklich hilft. So, wir holen uns meist die letzte Minute hier noch an. Ihre Erlebnisse, auch der langen Beschäftigung jetzt mit diesem Thema, was würden Sie Männern raten, denen von wem auch immer eingeredet wird, Homosexualität sei eine Krankheit? Leute, die sowas glauben, und denen das eingeredet wird, kommen eben häufig aus einem konservativ-religiösen Umfeld, haben möglicherweise in der Familie, auch in ihrer Kirchengemeinde, Leute in ihrem Umfeld, die sagen, Homosexualität ist sündhaft, du darfst das nicht ausleben, du musst dich verändern. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, wenn man in solchen Strukturen aufwächst, wenn man seinen Alltag in solchen Strukturen verbringt, sich selbst daraus zu befreien. Deshalb würde ich den Leuten raten, Hilfe außerhalb dieser religiösen Strukturen zu suchen und sich klarzumachen, dass das eigene Leben so viel wert ist, dass man das nicht sozusagen seinem Umfeld opfern sollte, sondern dass man den Mut haben soll, sein eigenes Leben so zu führen, wie man das selbst fühlt und wie es richtig ist. Das finde ich aber auch, diese Aussage finde ich problematisch, finde ich die. Er hat zwar so neutral angefangen, aber seine Endaussage macht für mich wenig Sinn. Wenn jemand, natürlich jeder Mensch muss sich entscheiden, ob er religiös leben will oder nicht. Ja, wenn er einfach in einer Familie aufwächst, wo ihm beigebracht wird, du musst katholisch sein oder du musst baptistisch sein oder pfingstlerisch, charismatisch, dann wirst du vielleicht mal, wenn du hoffentlich zu Verstand kommst und zu Vernunft eines Tages, das mal hinterfragen, nachdem du feststellst, oh, es gibt 40.000 Gruppierungen im Christentum, wer sagt denn, dass ich hier bei der Richtigen bin, nur weil es mir hier ständig erzählt wird, was erzählen denn eigentlich die anderen? Dass man natürlich sich mal umhören sollte, was sagen andere zu diesem Thema? Das sollte man einerseits tun. Aber wir hatten das Thema ja auch schon besprochen. Man kann sich natürlich auch mal einen Termin geben beim Hausarzt oder beim Psychologen sozusagen, um mal dazuhören, was sagen die denn eigentlich dazu, zu meinem Zustand? Ist das normal? Kann man das ändern? Oder kommt der auf, was will ich denn selbst? Was will ich? Will ich, ich bin ja nicht homosexuell, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Also ich drehe den Spieß jetzt mal um und sage mir jetzt Folgendes, hm, Mist, ich bin heterosexuell. Ich würde aber gerne homosexuell sein. Gehe ich so da heran und frage meinen Arzt, können Sie mich homosexuell machen? Weil ich würde das andere mal lieber mal ausprobieren. Ja? Oder ob ich sage, ähm, ähm, ich, ich, ich bin, ich bin homo, ich bin heterosexuell und ich habe aber, ich, ich will es, ich, oder wie sagt man, ich will es nicht. Das eine ist ja, das einmal auszuprobieren, die anderen sagen, ich will das nicht und kann man das ändern und wie auch immer. Ja, ähm, in dieser Vorgehensweise, ähm, so daran zu gehen, wäre vielleicht das Beste zu sagen, wie gesagt, sich umzuhören, außerhalb der eigenen Kirchengemeinschaft, andere Religionen mal zu prüfen, was sagen die denn da eigentlich dazu? Von mir ist auch Atheisten und Agnostiker einfach mal mit einbeziehen und sagen, was ist denn deine Meinung dazu? Aber letztendlich muss es doch jeden seine eigene Entscheidung bleiben, äh, wenn, sagen wir mal, jemand ist, ist wirklich Christ und glaubt an die Bibel, den kann man doch jetzt nicht ausreden, du darfst das nicht tun, an die Bibel glauben, du musst Atheist werden zum Beispiel, das ist genauso Quatsch, wenn wir in der Religionsfreiheit hier eigentlich leben, das muss ja jeder selber entscheiden, aber man darf nicht unter Zwang jemanden, äh, religiös halten, das geht nicht, wir haben alle den freien Willen und wenn jemand sagt, ich will mit Religion oder mit der Bibel oder mit Christentum, mit Allah oder Koran nichts zu tun haben, dann ist das ja seine freie Entscheidung. Warum sollte er sich denn selber noch ausbremsen und nicht homosexuell das denn ausleben? Ist für mich natürlich nicht der beste Rat, ich würde es natürlich nicht nach außen hin geben, aber, ich, wenn ich mal einen langen Vergleich mache, ja, diese Aussage gerade eben, wieso sollten wir uns selber Grenzen setzen für unsere eigenen Empfindungen, ja, und es nicht einfach ausleben, da können wir für uns wieder den Tiersex dazu holen, ja, was soll denn jetzt der Mensch sagen, der nicht homosexuell ist, sondern eine Zophilie an sich hat, zu sagen, warum auch immer, ich könnte mir den sexuellen Verkehr mit Tieren vorstellen, wir reden hier nicht von Vergewaltigungen oder, wo man jetzt, so ich jetzt sagen könnte, ist ja ein Unterschied, ob der Gegenpart das auch möchte oder, ob der das nicht möchte, ich das aber erzwinge, ne, aber wie gesagt, es gibt Momente, wo eine Frau oder ein Mann sich auch mit einem Tier einlassen könnte, dass das Tier gar kein Problem damit hat, gibt es ganz bestimmt auch, was ist mit solchen Fällen, also hier, dem Fall klingt das so, ja, dann lebt doch einfach deine Natur aus, lass dir von niemandem was sagen, weder von den Religiösen noch von den Säkularen, mach doch, was du willst, du sollst dir keine einen Grenzen setzen, ja, so hört sich das an, ne, so wie auch der Homosexuelle, mach doch einfach das, worauf du Lust hast, ist egal, was andere sagen, was soll jetzt der sagen, der da halt Sex mit Tieren haben möchte, weil er halt so eine Perversion halt im Kopf hat, wieso sollte man denen jetzt sagen, du darfst das nicht, das wäre das gleiche Motiv hier zu sagen, genau das gleiche aufzubringen, du darfst, doch, mach das doch, warum sollte jemand einreden, dass das verboten ist, hör nicht auf diese Religiösen oder Leute, die das einreden, das ist eigentlich eine Gefahr, wenn man so mit Menschen umgehen würde, mein Ratschlag wäre einfach, so wie dein Weltbild aussieht, so handle, bist du religiös, na denn handel nach der Religion, ja, und such dir da Hilfe und versuch den besten Weg einzugehen, entscheide dich, ja, wenn du Christ sein willst, dann sei Christ und wenn du nach der Bibel glaubst, dann halte ich an die Bibel, glaubst du nicht an religiöse Bücher, dann halte ich an die Gesetze des Landes, ja, und wenn, in Deutschland ist es ja erlaubt, Homosexualität auszulehnen, auch wenn es nicht immer so war, ja, und dann wird derjenige das ausleben und dann, ja, wird er ja sehen am Ende, was er davon hat, ja, also aus christlicher Sicht sage ich mir auch, das wird so oder so irgendwann Probleme zumindest geben, ja, und, aber es ist seine freie Entscheidung, und wie gesagt, ob ein Christ diese Dinge tut oder ein Nicht-Christ, die Bibel sagt ganz klar, dass ein Christ nicht das Recht hat, einen Nicht-Christen zu verurteilen, zu richten über sein Verhalten, du starfst so nicht und du kommst in die Hölle und hier und da und du kriegst Krebs oder was auch immer, ihm das so zuzusprechen, dass er es auch bekommt, ja, das darf man gar nicht, die Bibel sagt, dass Gott der Richter ist, der Menschen, die nicht an Gott glauben oder nicht an die Bibel glauben, und die Christen sollen sich aber um die Christen kümmern, ja, und das ist natürlich auch so ein Thema für sich, werde ich heute auch jetzt hier nicht direkt ansprechen, weil es dann wahrscheinlich zu weit gehen würde, würde man vielleicht nochmal ein andermal vielleicht dann besprechen, falls ja Bedarf dazu da sein sollte, und wir sollen uns erstmal, wie gesagt, um unsere eigenen Leute kümmern, in dieser Hinsicht, dass man also einen Christen sagen darf, du bist doch Christ, ja, bin ich, wusstest du, dass man das eigentlich nicht tun darf, und mit dem zumindest mal darüber zu reden, ist ja wenigstens das Minimum, wenn der Christ dann aber sagt, nö, ich sehe das anders und ich mache, was ich will, ja gut, dann macht er das halt, ja, aber da sollte man natürlich mit der Sache nochmal ein bisschen anders umgehen, als wenn da draußen jemand, was weiß ich, da ist ein Atheist, der kommt in eine Kirche und sagt, ich glaube, ich weiß nicht, ist Homosexualität normal, und der sagt, der Christ, doch, wir müssen das unbedingt heilen, ja, und wir werden das heilen, und wenn wir es nicht heilen, dann wirst du eines Tages das und das und das und das, sollte man auf gar keinen Fall mit sogenannten Nichtchristen umgehen, die so eine Fragen sich stellen im Kopf, ist es normal, homosexuell zu sein, und da vielleicht dann wirklich mal eine Kirche aufsuchen, um sich da einen Rat zu holen, man sollte es auf jeden Fall unterscheiden. So, in der letzten Sekunde auch noch einblenden. Der AD-Journalist und Filmemachern Christian Decker, vielen Dank für Ihren Besuch. Okay, gut, da kam jetzt auch nichts mehr. So, Josef, hast du noch irgendwas Abschließendes, selber dazu beizutragen? Ja, also ich würde jetzt da zustimmen, also wenn jemand religiös ist, der schaut einfach, was die Religion sagt, und dann muss er sich ja entscheiden, wenn es verboten ist, ja, entweder, ich glaube an Gott, mach das, was Gott sagt, oder ich werde halt Agnostiker, Atheist, und mach, was ich will. Letzten Endes läuft jetzt auch sowas hinaus, und dann, ja, hat man den freien Willen, und soll halt jeder machen, was er für richtig hält. Aber wenn er sagt, ne, ich mach jetzt das, was mein Glauben sagt, ja, dann ist ja auch sein freier Wille, dann ist halt so, so ist es, so ist es, und wie gesagt, ich möchte nochmal zum Abschluss, nochmal klar nach außen sagen, dass ich das verwerflich finde, wenn es Christen gibt, oder sonst irgendwelche religiösen Leute, die Versprechungen machen, oder Angst, oder zumindest in diesem Bereich, den Leuten einreden, in dem Bereich, wenn wir jetzt nur bei Homosexualität bleiben, du hast einen Teufel in dir, und der muss raus, und der geht jetzt noch nicht raus, der muss uns weiter um dich kümmern, oder du brauchst Hilfe, weil der Teufel wird nämlich noch schlimmer, und hier und da, das ist total verwerflich, ja, die klare Richtlinie ist, wirklich zu sagen, ich versuche dir zu helfen, hat es nicht funktioniert, könnte es aber auch daran liegen, dass das gar nichts mit einem Teufel, oder einem Geist, einem Satan, was auch immer, in dir drin zu tun hat, das muss es nämlich nicht, das kann nämlich auch ganz andere Ursachen haben, aber, da sehen halt die Bilder im Christentum anders aus, der eine sagt, ich denke das aber ist so, ich denke das ist so, und da haben wir dann natürlich die Probleme, die daraus entstehen, dass wirklich auch Menschen dadurch in den Tod getrieben werden, weil ihnen eingeredet wird, sie haben den Teufel in sich, und das ist ja auch eine psychologische Sache, ja, und ich glaube auch, dass jemand nicht ruhig schlafen könnte, wenn er ständig, ja, der hat schon wieder gesagt, der Teufel ist immer noch in mir drin, ja, und er muss den raus machen, das hat er letztes Mal nicht geschafft, aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass der raus geht, ich kann mir gut vorstellen, dass das Menschen auch kaputt machen kann, ja, auch das mit diesen dunklen Stachel, ich habe einen dunklen Stachel, bei die hinten raus kommen sehen, also ganz ehrlich, ich kenne ja so viele Christen, die so viel in meinem Augen Blödsinn erzählen, ja, dafür kann ich aber nichts, ja, ich kann nur meinen Beitrag leisten, ich bin halt ein Bibellehrer, einer der bekanntesten in Deutschland, die öffentlich auftreten, also nicht sektierisch nach außen handeln, ja, mit dem man auch noch ordentlich reden kann, und ich kenne die Missstände, die wir haben, und man muss einfach daran arbeiten, und, ja, ermahnen, da wo man ermahnen muss, und Gesetze, auch ruhig auf den Weg bringen, die auch, wo ich sage, das ist gut so, dass halt Therapien abgeschafft werden, wo die Erfolgsquote so gering ist, ja, also es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ich möchte selber, dass, dass sie mit mir eine Therapie machen, weil ich will nicht mehr schwul sein, ja, das soll doch auch jemand als Recht haben, ja, oder warum nicht, ja, aber es einem aufzuzwingen, zum Beispiel die Eltern, den Kindern, sie müssen unbedingt meinen Sohn helfen, der ist schwul, machen sie alles, dass das nicht mehr ist, das zum Beispiel wäre schon wieder gar nicht mehr erträglich in meinem Kopf, so ein Gedanken mit einem, mit einem Arzt, so über das eine Kind so zu reden, dass der Arzt sich jetzt darum kümmern soll, dass das Kind denn sozusagen nicht mehr homosexuell ist, das ist, das ist verwerflich, das sollte nicht so sein. Okay, ich danke dir, Josef, für das schöne Gespräch hier in dem Bereich, ne, fand ich gut, interessant, dass du ähnliche Ansichten hast wie ich, ja, weil so, so gut kenne ich dich ja nicht, dass ich da deine einzelnen, äh, ja, eigenen Ansichten jetzt vorher hätte kennen können, ne, aber, ja, auf jeden Fall gut. Ich habe die Bibel aufgelesen, ja, ich weiß, was drinsteht. Ja, man merkt zumindest, du hast dich damit wahrscheinlich auch intensiver beschäftigt als so manch anderer, weil ich habe natürlich auch schon andere Meinungen gehört über das Thema, die hast du jetzt selber nicht geäußert. Ja, wenn da draußen jemand da noch Bedarf hat, über das Thema zu sprechen, ihr könnt es im Kommentarbereich machen, ihr könnt mich über WhatsApp, Telegram anschreiben und wer Interesse hat, nochmal in den Bereichen Interview mit mir zu machen, hier über YouTube oder so, kann das natürlich auch jederzeit tun. Ich bedanke mich und wünsche allen noch einen schönen Abend. – Untertitelung des ZDF, 2020